Guten Abend und herzlich willkommen in der Böll-Stiftung. Das ist so ein großes Interesse für die Premiere einer Studie gibt, die wir Ihnen heute Abend hier präsentieren wollen. Nutzen statt Besitzen auf dem Weg zu einer ressourcenschonenden Konsumkultur. Das ist ein Dreiklang der Zusammenarbeit zwischen Heinrich Böll-Stiftung, dem NABU, als Co-Auftraggeber dieser Studie, vielen Dank für die wie immer angenehme Zusammenarbeit, und dem Wuppertal-Institut als der Denkfabrik, in der diese Studie erarbeitet wurde. Auch nochmal ganz herzlichen Dank an die Autorinnen und Autoren. Collaborative Consumption oder gemeinschaftlicher Konsum ist ein neuer Trend, der weltweit im Kommen ist. Dabei spielt das Internet eine ganz wesentliche Rolle. Tauschbörsen helfen dabei, schnell und unkompliziert denjenigen zu finden, der das hat, was ich suche. Mit der Verbreitung digitaler Leih, Miet- und Tauschmodelle entstehen auch neue Geschäftsformen, die sich auf Vertrauen gründen. Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt an dieser neuen Ökonomie des Teilens. Vertrauen, dass der andere meine Dinge oder die gemeinschaftlichen Dinge gut behandelt und mich nicht übers Ohr haut, obwohl man in der Regel diesen anderen noch nie vorher gesehen und gekannt hat. Immer neue Internetunternehmen und gemeinnützige Initiativen sprießen aus dem Boden, um diejenigen zusammenzubringen, die tauschen, teilen oder schenken wollen. Und das Time Magazine in den USA hat diese neue Konsumform sogar zu einer der zehn großen Ideen erkoren, die die Welt verändern werden. Dabei sind gemeinschaftliche Nutzungsformen ja nicht ganz neu. Wohngemeinschaften, Bibliotheken, Waschsalons, Mehrwegflaschen, landwirtschaftliche Maschinenringe, Reitpartnerschaften, Sie alle beruhen auf der Idee, Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Das ökologisch Interessante daran ist, dass der Ressourcenverbrauch erheblich gesenkt werden kann, wenn Dinge geteilt werden. Nehmen wir das Beispiel einer privaten Bohrmaschine. Diese wird durchschnittlich nur 45 Stunden im Laufe ihres Lebens genutzt. Das Gerät kann aber ohne Probleme über 300 Stunden eingesetzt werden. Das würde rechnerisch sechs weitere Maschinen ersetzen. Das spart Geld, Rohstoff und Energie. Der einzige Mehraufwand liegt darin, sich die Maschine von seinen Tauschpartnern zu besorgen. Bislang führten solche gemeinsamen Nutzungsformen eher ein Nischendasein. Die Umständlichkeit des Laien und Tauschens sowie die Flut von Billigprodukten standen in dem Wege. Mit den virtuellen Tauschbörsen im Netz hat die Idee der gemeinschaftlichen Nutzung Schwung aufgenommen. Weite Bereiche des Netzes sind auf dem Prinzip des Teilens, ja selbst aufgebaut, des Teilens von Informationen, Texten oder Musik, sei es in kommerzieller oder nicht kommerzieller Form. Das Netz ist die tägliche Demonstration, dass man kein exklusives Eigentum haben muss, um die Vorteile von Dingen nutzen zu können. Außerdem ist es eine ideale Plattform, um Menschen mit gleichen Interessen in Verbindung zu bringen. Das Konzept Nutzen statt Besitzen lässt sich übrigens auch auf die Beziehungen zwischen Unternehmen und ihren Kunden anwenden und hat dabei auch schon eine ziemlich lange Tradition. Heißt Leasing. Leasing wird bereits vielfach praktiziert. Gegen eine Gebühr werden Bürogebäude, Autos, Maschinen, Telefonanlagen, Computer oder medizinische Geräte dem Leasingnehmer für einen bestimmten Zeitraum zur Nutzung überlassen. Danach fallen die geleasten Objekte wieder an den Hersteller oder die Verleihgesellschaft zurück. Neuerdings werden sogar Chemie-Leasing-Modelle angeboten. Dabei werden nicht Chemikalien, sondern chemische Dienstleistungen bezahlt, zum Beispiel die Reinigung von Flächen oder die Imprägnierung von Stoffen. Anschließend werden die eingesetzten Chemikalien zurückgenommen und wieder aufbereitet. Ein Vorteil der Rücknahmeverpflichtung, das man an diesem Beispiel sehen kann, besteht darin, dass Hersteller beziehungsweise Händler die Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus eines Produkts behalten. Damit entwickeln sie auch ein Eigeninteresse, diese Produkte möglichst langlebig, reparaturfreundlich und wiederverwertbar zu gestalten. Und das wirkt einer Wegwerf und Billigkultur entgegen und sorgt für eine effizientere Nutzung von Ressourcen. Wie hoch letztlich das ökologische und ökonomische Potenzial einer solchen Kultur des Teilens ist, werden wir sehen. Wichtig ist, sie genauer zu verstehen und sie möglichst bekannt zu machen. Und dazu wollen wir mit dieser Studie gerne beitragen. Zum Schluss möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei Indra Enterline vom NABU, die unsere direkte Kooperationspartnerin war und natürlich bei meiner Kollegin Dorothee Landgräber, unserer Ökologie-Referentin, die dieses Projekt von unserer Seite betreut hat. Damit genug der Vorrede. Ich übergebe jetzt das Wort an Holger Rohn vom Wuppertal-Institut, einem der Co-Autoren der Studie, für eine kurze Vorstellung. Herzlichen Dank. Jetzt müsste die Technik noch aufschalten. Gut, ja, von meiner Seite aus herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir die Studie, die wir eigentlich vor einigen Monaten schon so weit abgeschlossen haben, heute Abend mal kurz vorstellen können. Wie gesagt, ich mache das stellvertretend für ein Team. Sie sehen, auf der Studie, die Sie ja möglicherweise schon in der Hand hatten oder auch schon mal kurz reingucken konnten, sind insgesamt drei Autorinnen und ein Autor. Ich hatte die Ehre, das Projekt als Projektleiter für das Wuppertal-Institut zu machen und von daher darf ich es auch heute hier vorstellen. Wir haben eine Kurzstudie gemacht. Kurzstudie deswegen, weil es einfach eine relativ kurze, prägnante Studie sein sollte zu einem Input für einen aus unserer Sicht auch sehr wichtigen Thema. Das heißt, es ist kein riesiges Forschungsprojekt, was ich hier präsentiere, sondern es sind kleinere Inputseinsichten in ein Thema exemplarisch vorgetragen und ich muss auch sagen, das Team insgesamt hat aus dieser, selbst aus dieser Kurzstudie eine ganze Menge an Handlungsempfehlungen rausgearbeitet, aber Sie werden auch gleich sehen, auch eine ganze Menge neuer Fragen aufgeworfen, neuer Fragen mit aufgebracht. Insofern, wir geben nicht nur Antworten heute Abend, sondern wollen insbesondere in eine Diskussion reinkommen, auch mit Ihnen zusammen und vielleicht auch einige Fragen ein bisschen intensiver schon beantworten heute Abend. Wie gesagt, durchgeführt von Ende letzten Jahres bis knapp Mitte diesen Jahres von den hier genannten Kooperationspartnern, die eben auch schon gefallen sind und was wir eigentlich gemacht haben zum Verständnis für Sie ist, wir haben uns erstmal angeschaut, was für Darstellungsformen oder was für unterschiedliche Formen von Nutzen statt Besitzen gibt es überhaupt, die sind gesammelt, die finden Sie ganz hinten in der Studie als tabellarische Übersicht und dann haben wir uns im Team zusammengesetzt und haben mal eine Vorbewertung von diesen vielen Dutzend unterschiedlichen Formen gemacht und haben uns dann drei exemplarisch ausgesucht, die wir uns mal ein bisschen näher hinsichtlich Ihres möglichen Potenzials an Ressourceneinsparungen angeguckt haben. Zu den drei sage ich Ihnen gleich ein bisschen was, dass Sie so einen Eindruck haben aus der ganzen Bandbreite, die ja eben schon angesprochen wurde, was das alles denn sein kann. Dann haben wir Experten und Expertinnen befragt aus Wissenschaft und Praxis, wir haben Interviews geführt und gefragt, wie sollte denn eine Kommunikationsstrategie für so ein Thema aussehen. Das ist nicht ganz einfach, aber wir haben tolle Interviewpartner, Partnerinnen gehabt und ich werde Ihnen kurz so ein paar Eckpunkte dazu vorstellen und dann haben wir einige politische Handlungsempfehlungen gemeinsam rausgearbeitet und aber auch eine Vielzahl von Forschungsbedarfen aufgeschrieben. Ich komme zu den Fallbeispielen. Wir haben lange überlegt, was wir denn dann wie machen sollten. Wir haben uns dann überlegt, es wäre eigentlich gut, drei typische Anwendungsfälle zu haben. Einmal wäre sozusagen Konsument zu Konsument, also das, was man unter C2C sieht. Das ist jetzt hier leider, es ist beim Textilientausch eigentlich drin, es sind Fehler in der Präsentation. Wir haben den Werkzeugverleih, also das, was sie typischerweise, wenn sie in den Baumarkt gehen und in manchen Baumärkten vorfinden, dass dort halt eben professionell von einem Unternehmen an Konsumenten Geräte verliehen werden, das haben wir uns angeguckt und dann der eben auch angesprochene Teil zu dem, was machen Unternehmen denn eigentlich im Bereich Nutzen statt besitzen. Da haben wir mal das Beispiel des Chemikalien-Leasings uns ein bisschen näher angeschaut. Kleiderkreisel haben wir exemplarisch für den Bereich Konsument zu Konsument uns angeschaut. Da werde ich aber jetzt gar nicht viel zu sagen, weil wir haben ja den Herrn Huber hier, der sozusagen sein Unternehmen nachher auch nochmal ein bisschen im Detail vorstellen kann. Er hatte mir eben eingangs gesagt, seit Mai oder in diesem Jahr hat sich die Anzahl der Nutzer eh verdoppelt. Also wenn das sozusagen der Trend ist, dass sich innerhalb von Monaten die Nutzerzahl verdoppelt für diesen Bereich, dann ist das sicherlich ein sehr interessanter Aspekt. Wie gesagt, Kleidertausch haben wir uns Textilientausch ein bisschen näher angeguckt und wenn man sich dann mal anschaut, was denn da alles so getauscht wird, dann ist es interessant, wenn man den Ressourcenverbrauch betrachtet, was sind denn da tatsächlich für Fasern dahinter, die da getauscht werden und wenn man sich das anschaut, dann ist es sehr interessant zu sehen, welcher unterschiedliche Ressourcenaufwand denn mit unterschiedlichen Fasern verbunden ist und die ach so beliebte Baumwolle bei uns, die schneidet da gar nicht so günstig ab, weil der Ressourcenverbrauch für Baumwolltextilien einfach durch Anbau und die ganzen Veredelungsverfahren einfach relativ groß ist. Wir kennen alle die Diskussion um den Wasserverbrauch, um die Bewässerung beim Baumwollanbau, also alles Effekte, wo man sehr gut gucken muss, wenn man den Ressourcenverbrauch sich anschaut, was passiert da eigentlich. Die Rahmenbedingungen, Anbauort, Anbauart, verwendete Verfahren spielen eine Riesenrolle, das heißt man kann nicht einfach sagen, jedes Textil ist sozusagen über den gesamten Lebensweg gleich. Es macht sich sehr viel an den Faktoren, was für eine Faserart habe ich denn da tatsächlich fest. Des Weiteren, was wir halt auch rausgearbeitet haben, es macht einen großen Unterschied in der Art und Weise, wie ich ein Textil nutze. Nehmen wir ein Baumwollt-Shirt, das ist, sagen wir mal, nach einem Mal tragen, durchgeschwitzt, das muss ich waschen, dann hängt es davon ab, wie wasche ich denn, mit welcher Temperatur, mit welchem Waschmittel wird das Ganze auch noch getrocknet oder trocknet es an der Luft, also geht es in den Trockner oder trocknet es an der Luft. Das sind Dinge, die ganz erheblich, wenn ich so den gesamten Lebensweg vom Baumwollanbau bis hin zum Recycling, bis es vielleicht irgendwann mal einen Schuhputzlappen wird, das T-Shirt betrachte, die eine immense Rolle spielen und wenn ich da stattdessen dann ein Woll, zum Beispiel ein Wollpullover vergleiche oder ein Woll-T-Shirt, dann hat das ganz andere Eigenschaften. Woll hat eine selbstreinigende Eigenschaft, das heißt, die muss ich nicht so oft waschen etc. Also das haben wir im Prinzip versucht, in der Studie so ein bisschen rauszuarbeiten und das hat natürlich auch einen erheblichen Einfluss auf das, was beim Verleihen passiert. Bezogen auf Kleiderkreisel ist es interessant, es ist ja eine Online-Tauschplattform, was passiert denn eigentlich, wenn ich so online im Internet tausche, was kaufe, was verkaufe, dann ist es nun mal auch so, dass auch diese ganzen Transaktionen, die im Internet stattfinden, auch einen, wie wir es nennen, ökologischen Rucksack haben, nämlich einfach durch die Riesen-Server-Farmen, die betrieben werden, die Produkte werden dann verpackt, sie werden versendet und es gibt eine sehr ausführliche Studie, die aufzeigt, dass die Transaktionen im Internet durchaus erst mal vom Potenzial her ressourceneffizienter sind, aber dann kann ganz schnell das passieren, was wir als Wissenschaftler Rebound-Effekte nennen, dass sozusagen ein negativer Effekt, was den Ressourcenverbrauch betrifft, eintreten kann, wenn hier zum Beispiel die Entfernungen des Versendens plötzlich größer sind, das hängt von Produkt zu Produkt ab, aber wenn in dem Fall ist es rausgearbeitet, wenn die 50 Prozent höher sind als das, was ich normalerweise an Wegstrecke zurücklege, wenn ich in den Flohmarkt am Wochenende fahre oder wenn ich in den Flohmarkt zum Kindergarten gehe oder ähnliches. Das heißt, das Wort Rebound-Effekte wird Ihnen häufiger sicherlich in der Diskussion heute Abend noch begegnen. Das kann passieren durch Transportwege. Es kann aber auch passieren, was man festgestellt hat, dass in der Regel ganz schnell additiver Konsum passiert. Man spart, man verkauft was in Ebay und gibt es natürlich gleich wieder für was Neues aus. Das heißt, man hat im Prinzip eine sich weiter ankurbelnde Konsummaschinerie, die eigentlich aber auch einen positiven Effekt haben könnte, aber Konsumniveau insgesamt muss nicht abnehmen. Kommen wir zum Thema Werkzeugverleih. Da ist die Grundbotschaft, ja, es macht Sinn. Bohrmaschine eben, vielen Dank, das einführende Beispiel, das macht Sinn. Wir sehen hier sozusagen die Zahlen nochmal in der Tabelle unten aufgelistet. Es macht in vielen Fällen Sinn, weil die Produktions- und die Anschaffungskosten nur einmal passieren würden, wenn ich die Bohrmaschine denn sozusagen so effizient 300 Stunden nutzen würde, wie sie tatsächlich auch halten könnte. Ich habe eine viel effektivere Auslastung des Gerätes, sicherlich ökologisch sinnvoll, aber auch hier das Problem, das funktioniert dann gut, wenn ich Geräte habe, die eher selten genutzt werden. Wir haben hier unten den Vertikulierer, ja, also den nutzt man typischerweise nicht so oft, aber so eine Bohrmaschine oder so ein Rasenmäher kann schon passieren, dass die häufig genutzt werden. Vertikulierer ist sowas, mit dem man den Boden, mit dem man den Boden belüftet im Garten. Also es ist ein Gerät, was man schon nicht so häufig braucht, ja. Nur das Problem auch da ist, wie weit ist der Baumarkt entfernt? Ist mein Baumarkt 10, 20 Kilometer entfernt? Muss ich jedes Mal hinfahren, um mir die Bohrmaschine auszuleihen? Wenn ich gerade ein Bild aufhängen will, dann habe ich sozusagen das, was an Aufwendungen entsteht, um mir diese Bohrmaschine auszuleihen. Macht dann im Baumarktverleih möglicherweise keinen Sinn mehr. Da müssen wir dann über andere Formen diskutieren, nachbarschaftliches verleihen und so weiter und so fort. Also da, Sie sehen, es ist nicht so schwarz-weiß, dass man sagen kann, Nutzen statt Besitzen per se, es gibt eine riesen Ressourceneinsparung, sondern man muss genauer hinschauen und genau das finden Sie rausgearbeitet in der Studie für die genannten Fallbeispiele. Also hier sehr abhängig Produktgruppe, Leistungsmerkmal, Lebensdauer, Qualität, Nutzungshäufigkeiten und die schon eben genannten möglichen Rebound-Effekte, was beim Baumarkt im Übrigen dazukommt, also da müssen wir uns insbesondere die Männer sich wohl anschauen, ist, man kauft mal eben schon schön ein neues Gerät, ja und so eine Bohrmaschine will eigentlich jeder Mann haben, wir haben ja so einen Heimwerker-Trend auch in Deutschland, ja, also wenn man sieht, was weiß ich, wie viele Millionen Hochdruckreiniger schon verkauft wurden in Deutschland, wie viele Bohrmaschinen etc., ja, da dürfen sich die Männer typischerweise auf die Schultern klopfen, wir sind da sozusagen die Konsumtreiber. Deswegen auch das Thema Appetizer, ja, also dieses ganze Verleihen hat da auch eine ähnliche Problematik wie bei Ebay. Chemikalienleasing, das ist vielleicht was, was für einige, auch in den Diskussionen, die wir geführt haben, erstmal so überraschend ist. Es gibt Unternehmen, die machen das schon ganz lange, das ganze Thema Wäscheverleih im Krankenhaus, in Hotellerie, Gaststättengewerbe ist glaube ich so was, was man selber kennt, da ist es ganz normal, da ist es eingeführt, da gibt es tolle Geschäftsmodelle, die funktionieren. Gastronomiebetrieb ist froh, dass er nicht selber waschen muss, genauso in der Hotellerie, ja. Beide verdienen daran ganz gut. Es ist aber in weiten Bereichen der Industrie relativ unbekannt und Chemikalienleasing ist so ein eigentlich ganz schönes Beispiel, wie man ganz schöne Einspareffekte erzielen kann, dadurch, dass Unternehmen die Produktverantwortung, wie Sie es ja schon gesagt hatten, behalten, sozusagen auch das ganze Know-how zur Verfügung stellen. Funktioniert eigentlich prima, ist ein sehr ausgeklügeltes System, was eigentlich vorteilhaft für beide ist, für Kunden und für Verleiher. Problem ist nur, an der Stelle ist es ein Thema, was ganz schwer kommunizierbar ist, wo es extreme Ängste gibt, dass man als Hersteller oder als Nutzer einer Chemikalie plötzlich Know-how aus der Hand gibt, einen Dritten mit im Spiel hat. Also dort gibt es Hindernisse, die man jetzt natürlich aus dem Gastronomiebereich oder Krankenhausbereich beim Wäsche waschen ist der Know-how Verlust nicht so riesig groß, aber wenn ich plötzlich bei Chemikalien, bei Zusammensetzung jemanden in meine Prozesse reingucken lassen muss, stoße ich auf ganz andere Schwierigkeiten. Deswegen auch hier, man muss bei diesen ganzen Formen von Nutzen statt Besitzen ein bisschen genauer hinschauen. Sie sehen hier die Zahlen, es dürfte sich so eine Größenordnung von etwa ein Prozent der Anwendungsfälle im Chemiebereich geben, wo sich Chemikalienleasing lohnen würde. Dort könnten etwa 20 Prozent eingespart werden. Also auch dort muss man sich sehr genau angucken, welche Fälle sind es denn, wo lohnt es sich dann. Aber wenn man die identifiziert hat, dann kann man dort durchaus vernünftige Einsparpotenziale erzielen. Sie sehen das hier mal noch systematisch aufgelistet. Es gibt dazu größere Studien, die unter anderem das Umweltbundesamt durchgeführt hat, wo man auch die Abschätzung des Reduktionspotenzials ganz schön sieht für unterschiedliche Bereiche und hier ist es sicherlich interessant, weil es sich zum Teil ja auch um sehr problematische Substanzen handelt, die auch in kleineren Mengen sehr umweltrelevant sein können. Was wir dann gemacht haben ist, und das ist jetzt nun wirklich eine ganz grobe Bewertung, wir haben uns mal angeschaut und so haben wir es in der Studie eigentlich durchdekliniert, die fünf Bewertungsbereiche. Wir haben uns angeguckt, wie ist dein Ressourceneinsatz und Effizienzpotenzial. Also das ist das, was Sie oben im roten Bereich sehen, diese fünf Punkte. Gibt es eine Reduktion jetzt nicht nur vom Ressourceneinsatz, also Material, Wasser, Energie, sondern gibt es sonst mögliche Reduktion von Umweltauswirkungen. Ist das Ganze realisierbar, haben wir uns natürlich angeguckt, weil es macht keinen Sinn, sich Beispiele anzugucken, die jetzt auch aus verschiedenen Gründen gar nicht realisierbar sind. Wie ist die wirtschaftliche Bedeutung und Übertragbarkeit? Ganz wichtige Punkte aus unserer Sicht. Und ist es auch kommunizierbar? Und all diese Aspekte haben wir betrachtet für die drei Fallbeispiele, um das mal einzuschätzen. Und Sie sehen insgesamt, jetzt sage ich jetzt mal über den Daumen gezogen, mittlere bis hohe Einsparpotenziale bei den drei Beispielen, die wir identifiziert haben. Aber wie gesagt, man muss genauer hinschauen. Wir sehen zum Beispiel bei Kommunizierbarkeit, bei Chemikalienleasing, was ich angesprochen habe, ist ein Thema, was ganz, ganz schwierig zu kommunizieren ist, weil da sehr viel Sensibilitäten seitens der sozusagen der potenziellen Nutzer da sind. Das vielleicht kurz zu den Fallbeispielen. Dann schlaglichtartig einige Punkte aus den Ergebnissen dieser Interviews, die wir mit Wissenschaft und mit Praxis geführt hatten. Die sind sehr genau dokumentiert in der Studie. Ich will hier zum Thema, wir haben gefragt, was sind denn für Sie Eckpunkte von der möglichen Kommunikationsstrategie? Und ich habe jetzt hier nur mal jeweils zwei eingekringelt. Also übergreifende Kommunikationsstrategie zur Verbreitung der Idee ist extrem hilfreich. Das sehen Sie nachher auch bei den Handlungsempfehlungen. Das heißt, wie kann man denn tatsächlich im Sinne von einer Kampagne oder übergreifenden Strategie überhaupt, wie muss es kommuniziert werden, wie kann man das anlegen, weil die Idee an sich ist jetzt in der, sie ist zwar im Kommen, aber man muss es insgesamt mal einordnen, sie ist auch noch nicht so bekannt, wie sie es verdient hätte. Und was auch eigentlich sehr interessant war, mit Eigentum verbundene Pflichten und Belastungen hervorheben. Also wer vor einiger Zeit vielleicht mal umgezogen ist und gemerkt hat, wie viel sich denn so angesammelt hat, weiß, was mit Eigentum verbundene Pflichten sind, zum Teil auch sind. Und es gibt auch so schöne Bildbände, wo man mal die Familien auf der ganzen Welt mit ihrem Eigentum vor die Haustür gestellt hat. Und also wer dann sozusagen den Eindruck haben will, was letztlich auch mit Eigentum verbundene Pflichten sind, hat vielleicht eine Idee davon. Die Praxis sagt, mit dem Geschäftskonzept unter anderem Aufmerksamkeit erregen. Das ist denke ich ein ganz wichtiger Punkt und was für uns auch eine sehr wichtige Aussage war, mit qualitativ hochwertigen Angeboten überzeugen. Also das, was es lohnt sich, wenn ich in dieses Geschäftsmodell einsteigen will, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten. Nur damit kann ich letztlich am Markt erfolgreich sein. Das heißt, all diese Produkte, die typischerweise Bohrmaschine für 5 Euro, damit brauche ich nicht sozusagen in den Verleih zu gehen, weil die ist nach drei mal ausleihen spätestens kaputt. Eckpunkte für eine Kommunikationsstrategie haben wir abgefragt und da kamen eigentlich ganz schöne Antworten raus. Ich will nur mal auf die oben links verweisen, also die Wissenschaft sagt unter anderem, leichter Leben, ressourcenleichtes Leben, das könnte doch vielleicht ein Motto sein, unter dem man auch Nutzen statt Besitzen als schönes Leitbild verkaufen könnte. Was sehr interessant ist in der Einschätzung bei den Kommunikationsstrategien, ist, dass sowohl Wissenschaft als auch Praxis das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit nicht in der Erstansprache verwenden würden. Hier kommt es auf ganz andere Dinge wohl offensichtlich an, also war für uns schon ein bisschen überraschend, dass das eigentlich eher so besser im Understatement halten, wenn überhaupt, sondern ganz wichtig, Funktionalität, Service etc. hervorzuheben, die Qualität des Angebots. Also das ist auch nochmal ein Punkt gewesen, ich denke da wird Herr Huber vielleicht auch nachher in der Diskussion ein bisschen was zu sagen, was uns schon ein bisschen überrascht hat. Also den Kunden überzeugen, dass es sinnvoll ist, dieses Angebot tatsächlich zu nutzen, das steht eher im Vordergrund, als dass man sagt, hier lieber Verbraucher, liebe Verbraucherin, jetzt machst du hier was besonders ökologisch Sinnvolles. Also da merkt man doch, dass die Individuen da erstmal anders angesteuert werden. Eckpunkte für Kommunikationsstrategie. Ersten Punkt sehen wir auch gleich wieder, Förderung, Umsetzung von Kampagnen, da ist sich Wissenschaft und Praxis sehr einig. Bei der Frage, wie das dann passieren soll und wie man angesprochen werden soll, ist man sich wieder nicht ganz so einig. Ja, da sagt Wissenschaft eher zielgruppenspezifische Ansprache ist wichtig. Das können die Vertreter aus der Praxis, die wir interviewt haben, gar nicht bestätigen. Aber da sind wir dann auch schon sehr in den Details der Studie drin. Also da ist nicht immer der Gleichklang zwischen dem, was Forschung und Praxis sagt. Aber dafür haben wir auch vielleicht den Markt der Möglichkeiten, um das ein bisschen zu näher zu diskutieren. Komme ich zu den Handlungsempfehlungen. Die sind zusammengefasst auf zwei Folien. Wir haben festgestellt, obwohl wir uns ja eigentlich am Wuppertal-Institut schon seit 20 Jahren mit dem Thema Ressourceneffizienz befassen, dass ich, wenn ich genauer reinschaue in diese ganzen unterschiedlichen Produktbereiche, dass ich tatsächlich hier auch ein Problem habe, die unterschiedlichen Produkte und Varianten von Nutzen statt besitzen zu bewerten. Es gibt weiterhin keine wirklich umfangreiche, öffentlich verfügbare Datenbank, die es erlauben würde, das auch mal quantifiziert einzuschätzen, was da an Potenzialen erschließbar ist. Insbesondere, wenn es dann auch darum geht, was sind Verlagerungseffekte, mögliche Rebound-Effekte. Also da ist sicherlich dringende Handlungsempfehlung, solche Daten tatsächlich überhaupt erst mal zu ermitteln. Interessant ist das Thema als Handlungsempfehlung. Wir müssen dieses ganze Thema, diese ganze Überschrift auch über die Veranstaltung heute überhaupt erst mal als Konsumalternative ins Bewusstsein rücken. Sie ist vielen Personen so nicht bewusst. Wir haben zwar den Trend insbesondere jetzt durch verschiedene Tendenzen, gerade bei den jüngeren internetaffinen Nutzerinnen und Nutzern, dass es ins Bewusstsein gerückt ist, aber wir haben, wenn man die Breite der Gesellschaft sieht, ist das Thema aus unserer Sicht noch nicht angekommen. Imagekampagne durchführen, umfassend informieren, aber auch Beratungsangebote, zum Beispiel für Startups. Wer kann denn heute in der Unternehmensgründungsphase eine Beratung in Anspruch nehmen, wo das Thema Nutzen statt Besitzen thematisiert ist? Da geht es um ganz andere Aspekte. Da geht es um steuerliche Themen, Finanzierungsthemen, aber das Thema hat da eigentlich gar keinen Platz bislang. Und nicht zuletzt die Frage, wo taucht es in der Bildungslandschaft auf? Nutzen statt Besitzen werden Sie in Schulbüchern, in Lehrplänen etc. kaum finden. Das wäre dann, wenn eher, ein Zufall. Also wir kennen uns ganz gut auch so in dieser ganzen Szene der Bildung für Nachhaltigkeit aus. Es ist dort sicherlich unterbelichtet. Kooperationen eingehen, Projekte initiieren, ist ein Thema, was wir in ganz vielen Handlungsempfehlungen wiedergefunden haben in den Gesprächen. Das Thema Vertrauen ist ja eben in der Einführung auch schon mal als ganz interessant hervorgehoben worden. Es ist natürlich so, umso mehr ich auf Internetökonomie setze, ich kenne die Personen nicht, von denen ich dort was ausleihe, was tausche. Das heißt, es geht auch immer um die Frage, wie baut sich eine Vertrauungsbasis auf? Gibt es ein Bewertungssystem, was mir sagt, darauf kann ich vertrauen? Also da kommen wir in ein Thema rein, wo man auch ganz andere Akteure vielleicht mit ins Boot holen müsste, wie Stiftung Warentest etc., die vielleicht bestimmte Angebote auch auslabel und sagen, ja, das ist ein gutes oder sehr gutes Angebot. Rechtliche Rahmenbedingungen hatten wir auch unter anderem auf einem Workshop, den wir durchgeführt hatten. Also wie schaffe ich überhaupt Rechtssicherheit, sowohl für die Konsumenten als auch für die Anbieter? Und dann natürlich ganz klar auch das Thema Staat als großer Beschaffer. Wie kann ich das Thema Nutzen statt besitzen, zum Beispiel Carsharing, auch in die öffentliche Beschaffung mit integrieren? Das ist die letzte Folie. Und das war für uns auch noch ein Stück weit überraschend, dass wir tatsächlich sehr, sehr viel Forschungsbedarf bei fast jeder Frage herauskristallisiert haben, die wir angefasst haben. Es gibt insgesamt ganz wenig Studien zu dem Thema, die sich wirklich mal quantifiziert mit dem Thema auseinandersetzen, sagen auf Heller und Pfennig oder besser gesagt in dem Fall auf Ressourcenverbrauch, genau gesagt, wie viel kann ich denn dadurch tatsächlich sparen oder wie viel kann ich eben auch nicht sparen? Wir sehen ganz klar, es muss durch Politikforschung unterstützt werden, Imagewandel, Kampagnen. Wir brauchen tatsächlich hier auch Beratungsangebote. Wir müssen dieses ganze Thema Bildung, Lehr- und Lernmaterialien für alle Bildungsbereiche angefangen, von Kindergarten spätestens, wenn nicht frühkindliche Bildung, über alle Ausbildungsbereiche, Schule, über Ausweiterbildung, universitäre Ausbildung etc. Muss das ganze Thema thematisiert werden, ist bislang wie gesagt eher ein weißer Fleck auf der Landkarte. Gut, ich denke, die anderen Punkte hatte ich genannt. Das ist jetzt ein ziemlicher Parforce-Ritt gewesen, wohlwissen, dass ich die Vorgabe von zehn Minuten reißen darf. Und ich hoffe, ich habe so ein bisschen Ihnen darstellen können, was diese Studie alles beinhaltet. Sie sollen sie auch noch lesen dürfen. Das ist ja sozusagen nicht Zielsetzung gewesen, sie heute Abend vorzulesen und ich freue mich dann auf die Diskussion. Dankeschön. Entschuldigung. Mein Name ist Julia Fissmann, ich bin sonst nicht ganz so klammsi. Vielen Dank, Herr Rohn, und ich würde Sie gleich aufs Podium bitten. Und zwar lassen Sie bitte den äußeren Stuhl frei, denn wir wollen mit Ihnen zusammen diskutieren. Wir wollen Sie einladen und nicht nur frontal, sondern wir möchten direkt mit Ihnen hier vorne diskutieren. Also das heißt auch alle Initiativen und Institutionen, die sich auf dem Markt der Möglichkeiten vorgestellt haben, einzelne Vertreter können eben hier nach vorne kommen und direkt mitdiskutieren. Sie können das auch aus dem Publikum direkt machen, aber wir wollen auch gerne Sie direkt hier nah dran haben. Das ist nicht der Einzige auf dem Podium. Sie sehen ja die, Sie sehen sie nicht, weil ich sie runtergeschmissen habe, die Namensschilder. Hier ist aber auch sehr wenig Platz. Ich würde jetzt noch aufs Podium bitten, Herrn Schimpke, den Präsidenten vom Naturschutzbund Deutschland. Thomas Gampe, vom Bündnis 90 den Grünen, Mittelstandsbeauftragter. Sie können sich dorthin setzen. Und Martin Huber von Kleiderkreisel, auch schon angekündigt worden. Da ist, glaube ich, Ihr Schild. Vielleicht nehmen Sie es noch mit. Genau. Machen wir es so. Sie können ja schon die Mikrofone nehmen. Wie gesagt, Sie sind herzlich eingeladen, hier mit nach vorne zu kommen. Es sind ja genug Stühle noch frei. Ich würde mit Ihnen dann, Schimpke, gerne anfangen, wenn Sie jetzt diese Studie nochmal in so einer schönen PowerPoint-Präsentation vorgestellt gehört haben. Was ist denn für Sie vom NABU so, dass Ressourcenschonende an diesem Konzept Nutzen statt besitzen? Naja, ich glaube, ich will einen kurzen Bogen, glaube ich, muss ich vorher schlagen. Ich glaube, das Thema Ressourcenverbrauch ist eines der zentralen wirtschaftspolitischen Themen in diesem Jahrhundert, auch der ökologischen Themen dieses Jahrhunderts. Und wir haben ja jetzt gerade das Thema Energiewende bei uns ganz massiv. Aber Energie haben wir eigentlich genug. Da geht es nur um die technische Verwertbarkeit von Energie durch neue Technologien. Bei den Ressourcen sieht das ganz anders aus. Bei vielen Ressourcen ist es einfach so, dass wir einen begrenzten Planeten haben und wir schon immer mehr an die Wachstumsmöglichkeiten und Grenzen herankommen und deswegen müssen wir einfach nach neuen Modellen auch suchen. Und alles, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, so die Wegwerfmentalität wird in Zukunft nicht mehr funktionieren, wenn wir gleichzeitig international immer mehr Marktteilnehmer haben. Also Beispiel Ressourcenverbrauch China, Indien. Ich brauche das, glaube ich, nicht weiter auszuführen. Das wird so nicht funktionieren. Also ein zehnprozentiges Wachstum mit dem Ressourcenverbrauch wird so nicht funktionieren. Deswegen brauchen wir auch Obergrenzen für Ressourcen insgesamt und deswegen müssen wir in Kreislaufwirtschaft denken und wir müssen natürlich uns Gedanken machen, wie wir hochwertige Güter tatsächlich auch langfristig vernünftig in Gebrauch haben, sodass auch die Nutzungspotenziale von den Rohstoffen wirklich ausgelotet werden. Und das ist eine Herausforderung und da spielen diese Modelle, glaube ich, eine große Rolle. Ich glaube, wir haben auch einen Trend wieder mehr zur Regionalisierung. Wir merken das jetzt auch bei dem Thema erneuerbare Energien. Da gibt es genossenschaftliche Strukturen, wo sich Bürger wieder zusammensetzen und sagen, aber ich will doch nicht, dass irgendeiner das für mich macht, sondern ich will selber beteiligt sein und will mir selber Gedanken machen, was ich eigentlich in meiner Gemeinde, in meiner Region auch anders neu verbessern kann. Und da können diese Systeme, glaube ich, eine große Rolle spielen. Und die einige Beispiele, die heute benannt worden sind, haben das ja schon gezeigt. Und das ist auch die Herausforderung, warum wir es als große Umweltorganisation annehmen. Wir sehen schon ein erhebliches Potenzial, was dort ungenutzt ist. Aber wir sehen natürlich auch, dass es noch eine ganze Menge offener Fragen gibt, weil wir das Ganze ja ganzheitlich auch betrachten müssen. Also man kann nicht immer nur, die Gefahr ist ja, dass man nur wieder einen besonderen Effekt sieht und dann eben das, was hier als Rebound, also alles das, was tatsächlich sonst damit erzeugt, wird wieder nicht in Betrachtung kommt. Und ich glaube, von diesen Modellen müssen wir weg. Und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, so eine Studie zu erstellen und sich jetzt auch intensiv damit auseinander zu setzen. Andersrum sind wir selber eine große Kommunikationsplattform. NABU hat 530.000 Mitglieder in Deutschland. Das allein schon hätte ja einen gewissen Verbreitungseffekt, wenn man das allein über eigene Kommunikation auch ein bisschen unter die Leute bringt. Da, ich weiß nicht, unsere Internetseite hat eine Million User. Also da sind ja schon ein paar Leute beteiligt insgesamt und da kann man natürlich auch einen Anteil liefern. Dazu muss man aber auch selber das Know-how haben und wir lernen also auch aus dieser Studie, hilft uns ja auch und wir lernen ja selber auch, wie wir an verschiedenen Stellen dann auch mithelfen können, etwas zu verändern. Thomas Gamke, Mitglied auch der Wachstums-Enquete Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Inwieweit ist denn Nutzen statt besitzen also dieses Konzept eine wirkliche Alternative, so wie Holger Rohn das eben gesagt hat? Oder ist es vielleicht eher eine Ergänzung? Das steckt so ein bisschen hinter meiner Frage. Naja, also ich glaube, ich denke, ich denke, es ist, Ergänzung wäre mir zu schwach, aber es kann nicht alleine stehen, so will ich es mal formulieren. Wenn wir uns die verschiedenen Beispiele anschauen und ich will mal das Thema noch mal Chemie aufgreifen, also B2B, also Business to Business. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die Studie aufgeschlagen habe, hat es mich erst mal gewundert, dass dieser Gesichtspunkt mitgebracht wurde, den ich ganz gar nicht so einzig oder neu empfinde. Ich erinnere mich, in meinen früheren Zeiten habe ich einen Betrieb geleitet, der Galvanic gemacht hat und da war eben die Eigenschaft eines gereinigten Produktes, was sehr intelligent ist. Nämlich der Reinigungshersteller und Anlagenbauer haben beide gesehen, dass sie die Anlage zu möglichst niedrigem Kosten und den Verbrauch zu möglichst niedrigem Verbrauch machen wollten. Und wir als Nutzer sozusagen hatten das gereinigte Produkt. Das klingt gut, kann aber dann, wenn, und Sie haben es erwähnt, zum Beispiel Transportwege nicht berücksichtigt werden. Durchaus, wenn da die Kosten nicht internalisiert sind oder der ökologische Verbrauch nicht internalisiert ist, ein Problem sein. Aber es ist mit Sicherheit richtig, dass solche Modelle sicher noch weiterentwickelt werden können. Es ist einfach deshalb, man kann sich auch vorstellen, dass ein Autohersteller eben nicht mehr selber lackiert, sondern sagt, ich will eine lackierte Fläche haben. Und aus dem gleichen Grund, der Lackierhersteller plus das Material minimiert wird, weil nicht mehr einer Interesse daran hat, mehr Geld zu verdienen, dadurch, dass er mehr Lack verkauft. Und das kann man also weiterspinnen, aber man muss dann die Rahmenbedingungen richtig setzen. Zum Beispiel, dass derjenige, der dann lackiert, gezwungen wird sozusagen, zum Beispiel wasserlösliche Lacke einzusetzen. Das macht er nicht freiwillig. Das heißt also, es muss immer ergänzt werden durch das, was ich ordnungspolitische Vorgaben oder Rahmenbedingungen nennen würde. Das bedeutet also, dass diese Idee sehr gut ist und sehr richtig ist, aber ersetzt werden muss durch Rahmensetzungen, die sowohl ökologische als auch soziale Dinge berücksichtigen. Ich will nur den berühmten Pizzaausfahrer nennen. Ja, da kaufe ich mir die Leistung. Ich will die Pizza irgendwo dorthin geliefert haben, wo der Verbraucher sitzt. Aber wenn ich das nicht gescheit organisiere von den sozialen Rahmenbedingungen, das wissen wir alle, wird die Pizza dann für zwei Euro ausgefahren, bedeutet aber für den, der die Pizza ausfährt, dass er vielleicht einen Stundenlohn von drei Euro bekommt. Das Gleiche gilt für das gesamte Reinigungsgewerbe. Ich könnte viele Beispiele nennen, die ohne eine vernünftige Rahmensetzung nicht funktionieren. Also insofern ist das sehr wichtig, dass wir a die Rahmensetzungen haben, aber b dann eben das zulassen. Ich will vielleicht noch ein Gesichtspunkt, weil er für mich glaube ich sehr wichtig ist, wo kann Politik eingreifen? Politik kann natürlich auch Rahmen setzen. Da war ich ein bisschen unglücklich über Ihr Beispiel, dass Sie die Umsatzsteuer möglicherweise erniedrigen wollen. In meinem Hauptberuf bin ich im Finanzausschuss und für die Umsatzsteuer zuständig und weiß, wie schwierig die Abgrenzungen da sind. Aber es gibt ja andere Anreizsysteme, die wichtig sind. Zum Beispiel erleben wir das gerade in der Berichterstattung, dass in New York nur noch Autos mit drei Personen reinfahren können. In Amerika ist das gang und gäbe, dass eine Autospur reserviert ist für Autos, die mehr als zwei, eine Person haben. Das kann man auch hoch skalieren. Oder man kann sich vorstellen, dass die begehrten Parkplätze um die Bahnhöfe herum nur für Autosharing zur Verfügung stehen. Also da können Rahmen gesetzt werden, die dann das nutzen, sage ich mal Anreize geben. Und wenn man sieht, dass also BMW eine kleine Think Tank hat, der eigentlich den Mobilitätskonzern der Zukunft erfindet. Das heißt gar nicht mehr, dass das Auto verkauft wird, sondern dass ich Mobilität verkaufe. Das bedeutet, ich habe eine möglicherweise Elektromobil, das die 120 Kilometer Umkreis um meinen Wohnort macht. Und dann stelle ich zur Verfügung eine Mobilität. Das heißt, ich komme nach Hamburg und habe dann das geparkte Auto vor dem Bahnhof stehen und fahre weiter. Das sind relativ intelligente Konzepte, die eben eine Mehrfachnutzung beinhalten, aber die eben auch politische Rahmensetzungen bedeuten. Und ich glaube, da gerade in Richtung politischer Rahmensetzungen können wir noch eine ganze Menge uns einfallen lassen von der Politik her, um das sozusagen nach vorne zu treiben. Man könnte ja zum Beispiel auch mal ganz direkt konkret an die Produkte dran gehen. Eine Gewährleistung für Produkte wäre ja auch ganz gut, wenn das politisch gesetzt werden könnte, weil ich stelle mir jetzt vor, eine Bohrmaschine, die bei einem Geschäft gekauft worden ist, das mit Geiz ist geil wirbt und vielleicht ganz billig war, hält vielleicht auch nicht so lange. Also insofern könnte man ja vielleicht dadurch auch gute Produkte, die lange halten, nach vorne bringen. Wäre das auch noch eine Möglichkeit? Das ist sicher eine Möglichkeit. Wir beobachten allerdings leider genau den entgegengesetzten Effekt heutzutage, der durch einen, auch durch eine Industrie natürlich und eine gewisse Lobbytätigkeit dort befürwortet wird oder getrieben wird, die eben an dem schnellen Umsatz mehr Interesse haben als an einer Langlebigkeit. Also eine Friseurschere kostet vielleicht 100 Euro. Wenn ich aber eine bei Amazon kaufe oder bei irgendeinem anderen Vertrieb, dann muss ich fünf Euro dafür bezahlen. Das hängt damit zusammen, dass derjenige, der normalerweise sich einmal im halben Jahr, vielleicht auch einmal im Monat Jahre schneidet, wahrscheinlich auch nicht die große Nutzungsdauer hat. Aber daran erkennt man das. Jetzt vorzuschreiben sozusagen, so ein Produkt muss diese lange Nutzungsdauer oder Qualität haben, ist sicher schwierig. Ich will es mal auch im industriellen Bereich beschreiben. Wir haben teilweise diese Anforderungen. Ich war vor kurzer Zeit bei einem Hersteller von Dieselmotoren für Stromgeneratoren, für Feuerwehren und ähnliches. Und er beklagte sich bitterlich bei mir darüber, dass international die Anforderungen an solche Maschinen ökologisch und langlebig nicht so sind wie in Deutschland. Und jetzt von mir verlangte sozusagen, wir müssen in Deutschland mit unseren Qualitätsansprüchen runtergehen, damit er international besser verkaufen kann. Und ich habe schon die Schwierigkeit gehabt, sozusagen mit ihm zu argumentieren, weil er sagt, du als Politiker änderst natürlich nicht die Amerikaner und deren geringe Produktanforderungen. Also wir kommen dann schnell in die Frage der Internationalität, weil alle unsere Produkte, die wir im Konsumbereich herstellen, in der Regel nicht nur auf einem Markt alleine sind. Nur da sage ich ganz bewusst und als Europäer, wir sind in Europa groß und stark genug und wir könnten eigentlich sowas, was sie fordern, nämlich Langlebigkeit, durchaus in die Genehmigungen reinschreiben und damit eben auch für eine Langlebigkeit sorgen. Können wir auch gerne noch weiter diskutieren. Gibt es vielleicht schon Wünsche aus dem Publikum mit zu diskutieren? Ich würde jetzt das Podium noch mal weiter vorstellen. Und zwar geht es da um Kleiderkreisel. Martin Huber, der Gründer von Kleiderkreisel, 2008 in Litauen gegründet, aber 2009 in Deutschland. Und nun haben wir gerade gehört, die User-Zahlen haben sich verdoppelt. Also ich habe von 200.000 Usern gehört. Wie viele sind es mittlerweile? Also mittlerweile sind es 380.000 Mitglieder auf Kleiderkreisel, über 1,2 Millionen Besucher pro Monat. Also von daher haben wir auch mittlerweile ein ziemliches Sprachrohr. Ja, wie erklärt sich dieser Erfolg? Also ich würde ganz gerne kurz ein Experiment machen. Vielleicht kann einfach... Ruhig näher ranhalten. Vielleicht kann einfach jeder hier im Raum, der mehr als fünf Kleidungsstücke zu Hause hat, die ihr seit mehr als einem Jahr nicht mehr getragen habt. Kurz die Hand heben. Also es gibt einfach einen sehr großen Bedarf, bei den Leuten ihre Sachen wieder loszuwerden, die sie zu Hause haben und die sie nicht nutzen. Und wir haben mit Kleiderkreisel eine Plattform geschaffen, die einfach auch diesen Nerv getroffen hat. Mode wird immer schnelllebiger. Die Leute kauften ihre Sachen im Internet ein, wissen dann vorher nicht, ob die Sachen passen, ob sie wirklich das sind, was sie sich vorgestellt haben. Und die Leute haben einfach ihre Kleiderschränke voll und haben mit Kleiderkreisel jetzt eine Möglichkeit gefunden, das auch wieder zu Geld zu machen. Also das primäre Interesse, warum sich Leute bei Kleiderkreisel anmelden, ist, wie werde ich meine Sachen wieder los? Wie schaffe ich Platz im Kleiderschrank und kann dabei auch noch einen Nutzen draus ziehen? Also entweder gegen etwas Neues zu tauschen oder ein bisschen Kleingeld zu verdienen? Nun gestehe ich, habe ich Kleiderkreisel auch schon genutzt. Ich bin auch eine der Userinnen und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, von allem, weil man sich austauschen kann. Mein kleines Problem war, meine Stiefel, die ich mir irgendwann mal in Rom gekauft habe, habe ich an eine sehr nette Dame, mit der ich dann auch kommuniziert habe, nach Schwabingen geschickt. Ich habe mich dann hinterher gefragt, wie ressourcenschonend ist das? Ja, also wie es der Herr Rohn vorher schon gesagt hat, ich denke, es kommt natürlich immer auf die Art des Produktes an, das getauscht wird. Also eine Jeans zum Beispiel wird während dem Produktionsprozess um fast die ganze Welt geschickt. Bei einem kleinen T-Shirt oder einem Kosmetikartikel macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn, das irgendwie durch ganz Deutschland zu verschicken, gebraucht. Aber was wir denken, wir wollen jetzt nicht mit dem Zeigefinger kommen und sagen, ihr sollt nicht mehr konsumieren, sondern wir wollen einen Anreiz schaffen, dass die Leute umdenken und sagen, bevor ich etwas Neues kaufe, soll ich zumindest prüfen, gibt es bei jemand anders das Ganze nicht schon vorhanden, muss ich mir wirklich etwas Neues kaufen, wenn es vielleicht der Nachbar oder auch jemand in meiner Stadt oder auch jemand im nächsten Ort für mich hat, genau das, was ich suche, was ich im normalen Handel vielleicht gar nicht mehr bekommen kann. Herr Rohn, also vielleicht genau zu dieser Frage auch nochmal, weil da haben Sie ja doch diesen Vergleich gemacht. Also wie ressourcenschonend ist das jetzt auf einem Internet basierten Nutzen statt Besitzen Angebot, eben seine Kleider zu verkaufen oder zu tauschen? Oder ist es vielleicht besser in der Straße im Secondhand-Laden, meine Sachen zu verkaufen oder vielleicht auch zu kaufen? Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, es macht natürlich Sinn, das möglichst regional zu tun. Also all das, was ich an regionalen Tauschbörsen hinbekomme mit möglichst kurzen Wegen und ich sage mal der Flohmarkt im Kindergarten, wer Kinder im Kindergarten hat, da haben wir eigentlich ein System, sagen wir mal Kinderklamotten, werden eigentlich sehr effizient genutzt und mit sehr kleinen Wegen eigentlich sehr schön weitergegeben. Also da haben wir so eigentlich ein Paradebeispiel, wie lange Nutzungsphasen, intensive Nutzungsphasen gut zusammenpassen. Da geht es ganz schnell auseinander, wenn wir die Stiefel quer durch die Republik versenden. Da haben wir ein paar Handlungsempfehlungen noch gemacht, dass man vielleicht Versendeformen bündeln kann, da kann man natürlich auch einiges an der Logistik machen bei solchen Internettauschplattformen. Aber vielleicht muss man da auch nochmal einen Blick zurückgehen und wenn man sich bewusst macht, wir haben ja gerade in Deutschland das Problem, wir sind Weltmeister im Konsumieren von Bekleidungstextilien. Also Deutschland ist wirklich weltweit die Nation, wir verbrauchen pro Kopf pro Jahr im Durchschnitt knapp über 20 Kilogramm an Textilien. Das heißt, wir kaufen Unmengen an Textilien neu, wo man natürlich überhaupt erstmal die Frage, das schädigt vielleicht ein bisschen das Geschäftsmodell, Entschuldigung, aber wo man überhaupt erstmal die Frage stellen muss, brauchen wir tatsächlich so einen immensen Konsum von Bekleidungsartikeln jedes Jahr? Also wenn man das mal international vergleicht, gibt es ganz, ganz viele, auch westliche Industrieländer, die einfach mit wesentlich geringeren Mengen auskommen. Das würde vielleicht ein bisschen die Zuwachsraten von Kleiderkreisel reduzieren, wäre aber sicherlich ökologisch sinnvoll, weil so viel kann ich gar nicht über Kleiderkreisel tauschen, wie da in der Produktion schon investiert wird. Und ich sage mal, jedes T-Shirt im Sinne auch von Nutzen stiften, ich will ja sozusagen mit einem Kleidungsstück einen bestimmten Nutzen auch erfüllen. Ich kann den gar nicht erfüllen, weil ich einfach so viel Zeug im Kleiderschrank im typischen Deutschen habe, das kann gar nicht so viel Nutzen stiften. Also wenn man mal überlegt, dass es in Skandinavien ein bisschen kühler im Winter wird und dort die Mengen deutlich geringer sind, glaube ich, ist das eher eine... Nein, das ist pro Kopf Verbrauch. Naja, das Interessante finde ich aber, bei Kleiderkreisel gibt es ja auch ein Diskussionsforum, also das heißt, man tauscht sich eben auch aus über Trends, über Stil und es gibt ja auch ein Trend, das heißt ja mittlerweile nicht mehr Second Hand, sondern Vintage, also das heißt, man kauft eben ganz bestimmte Kleidungsstücke vielleicht aus den 70er Jahren und ergattert dann eben, weiß ich nicht, die Levi's 501, die schon John Wayne getragen, weiß was ich, also irgendwie ganz tolle Sammelstücke oder sowas. Und darum geht es ja auch, es geht ja eigentlich auch um einen Bewusstseinswandel. Inwieweit stellen Sie das fest, dass das irgendwie auch die Digital Natives, Begriffs, also die Menschen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, mit dem Computer, also dass sie das auch sehr, sehr nutzen? Also kurz noch zu diesem Vintage-Begriff, wenn man jetzt die Suchfunktion auf Kleiderkreisel bedienen würde, würde man wahrscheinlich zu der Erkenntnis gelangen, dass sicher 50% der Artikel mit Vintage bezeichnet werden, aber vielleicht vom letzten Sommer aus der Kollektion sind. Etikettenschwindel, da müssen Sie auch was gegen tun. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass man mit Vintage mittlerweile einfach Sachen verbindet, die einen gewissen Artikel, die eine Geschichte haben, die nicht jeder hat und die man individuell kombinieren kann. Wir sehen auf Kleiderkreisel eben das Bedürfnis, dass man gezielt nach Sachen sucht, um sich einen eigenen Stil zu kreieren, also um sich abzugrenzen von den Leuten, die im normalen Online-Shop einkaufen oder im Shop um die Ecke und man sieht dann den Schulkameraden oder die beste Freundin mit dem gleichen Kleid oder mit der gleichen Jacke rumrennen. Also Neid, den man verhindern will, treibt einen zum Kleiderkreisel. Suche nach Bestätigung, würde ich sagen. Gut, lassen wir es so stehen. Wir begrüßen einen neuen Diskussionsmitglied. Stellen Sie sich doch bitte vor. Stefan Müllers, mein Name, ich bin Journalist in Berlin und Frankfurt am Main. Herun klingt natürlich gut, was Sie gesagt haben, von wegen, wir konsumieren eigentlich zu viel, aber wenn man sich die Zuwachsraten ansieht von Firmen wie Zalando, die ja vor kurzem unfassbare Zahlen veröffentlicht haben, was nicht nur Deutschland betrifft, sondern sogar die Expansion von Zalando in andere Gebiete. Und ich bekomme es zufälligerweise im skandinavischen Viertel mit, denn da ist die die Zentrale von Zalando in der Kopenhagener Straße, wer da so alles durchgeschleust wird, was die Schulungen betrifft. Also daran sieht man schon, was da so passiert. Und Zalando ist ja jetzt kein Unternehmen, was Gebrauchtwaren verkauft, sondern im Prinzip Neuwaren. Also das heißt, die Realität sieht da wahrscheinlich ein bisschen anders aus, als das, was Sie sagen. Aber gut, das wäre vielleicht nochmal eine Geschichte, auch wissenschaftlich zu untersuchen, warum so viel Neu konsumiert wird. Mich würde jetzt nochmal interessieren, von Ihnen beiden, auch Herrn Huber, gibt es denn Stadt-Land-Gefälle eigentlich? Ist das in den Städten im Moment eine Geschichte, die schon eher angenommen wird? Oder ist es durchs Netz auch in sozusagen mittelgroßen Städten, Sie kommen ja aus, glaube ich, Hessen, aus der Wetterau, gibt es da sowas auch schon? Oder ist es dann eher so, in den Ballungszentren anzutreffen? Also kurz zu Kleiderkaisel, wir sind durchaus über Städte groß geworden, weil wir über Modeblogger groß geworden sind. Also bei uns war es so ein Durchmund-Propaganda, dass sich die ersten Modeblogger bei uns registriert haben. Wir sehen aber, dass mittlerweile, also wir hören viele Stimmen von Mitgliedern, die auf dem Land wohnen, die sehr dankbar sind, eben Zugang zu ausgefallenen Klamotten und eben über das Forum auch zu Modetrends und neuen Ideen zu bekommen, weil das bei ihnen auf dem Land einfach nicht geboten wird. Da gibt es die großen Modeketten nicht, um einzukaufen und viele Modeketten haben noch keinen Online-Shop oder sie sind dann eben teurer und deswegen kommen sie zu Kleiderkaiseln. Vielleicht als Ergänzung dazu, ich habe keine genauen Zahlen aus einer wissenschaftlichen Untersuchung dazu, aber die Tauschform, die ich eben schon erwähnt habe, Kindergärten haben sie überall, haben sie auch auf dem Land, das ist keine städtische Sonderform. Da finden sie natürlich genau die gleichen Mechanismen auf dem Land wieder wie in der Stadt auch. Es ist sicherlich so, dass gerade das, was hier auch mit Kleiderkreisel angesprochen ist, ist ja vorwiegend jüngeres Publikum, dass das ganz stark auch in die Städte strebt. Also wenn man mal zu Hause rausgeht in die Universitätsstädte, in die großen Städte, dort haben wir einen relativ hohen Anteil an Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die sich in dem Bereich sicherlich mehr bewegen als ältere Personen auf dem Land oder auch auf den Städten. Ich denke, es ist mehr am Alter festzumachen, gerade das Klientel von Kleiderkreisel und von modernen Formen, wo auch einfach sozialer Austausch übers Netz, regionale Tauschformen eine Rolle spielen. Also dass man sich auch persönlich zu, ja früher hat man sich vielleicht zu Tupper-Partys getroffen oder wahrscheinlich gibt es das immer noch, aber inzwischen gibt es ja auch jede Menge so private Kleider-Tausch-Partys, die ja auch letztlich nichts anderes sind als, ich sage mal, eine entdigitalisierte Form von Kleiderkreisel. Genau, diese Partys wollen wir auch fördern jetzt zum Beispiel. Gut, aber im Prinzip ist doch zu konstatieren, dass es, obwohl diese Phänomene existieren, ja trotzdem noch auch Neuwache konsumiert wird. Das heißt also im Prinzip, das was ich vorhin gesagt habe mit Zalando, also es nimmt ja offenbar jetzt der Konsum von neuen Sachen nicht deshalb ab, oder? Nein, ich würde vielleicht darauf antworten. Natürlich ist das so, deswegen haben wir ja, hier versuchen wir ja auch Wege aufzuzeigen, dass man das anders zukünftig machen muss. Ich glaube einfach, dass es schlichtweg nicht so weitergeht. Zalando wird ja nicht dazu führen, am Ende vielleicht auch nicht dazu führen, dass mehr von Kleidung und Schuhen verkauft wird, sondern wird nur andere verdrängen. Das ist ja ein Verdrängungswettbewerb. Das wird der Einzelhandel, den Schuhhandel wird es dann klassischerweise so nicht mehr geben. Das haben wir ja in anderen Branchen auch gehabt. Das ist ja nicht unbedingt ein Zugewinn an persönlicher Beratung und ähnliches, sondern das ist ein Verdrängungswettbewerb. Und hier glaube ich, und ich wollte das nochmal auf die Regionalität, die Regionalität hat aber auch viele Vorteile. Man kann vieles über das Internet machen, aber wenn ich da mal gerade an die Tauschbörse für die ganzen elektrischen Geräte in einem Dorf, da kennt man sich noch. Und das ist natürlich völlig einfacher, da den Rasenmäher und alles, den Vertikutierer und die wir da so alle benannt haben, die Bohrmaschinen, könnte man in einem dörflichen Gemeinschaftshaus lagern und sich gemeinschaftlich ausleihen. Da bräuchte man für das ganze Dorf nur drei Bohrmaschinen. Und zwar dann aber die Hilti und nicht so ein Billigprodukt. Also da gibt es doch viele interessante Möglichkeiten, da kennt man sich auch noch und vertraut sich unter ein erhebliches Potenzial. Die Maschinenringe in der Landwirtschaft sind uralt und würde heute gar nicht mehr ohne Maschinenringe funktionieren. Warum soll das nicht auch bei den Bürgern sein? Und man belastet sich nicht mit dem ganzen Zeug im Keller, was ja auch immer mehr eine Herausforderung ist. Das Gleiche ist ja beim Wohnraum auch. Vieles ist ja auch eine Belastung. Da steht dann da einfach rum und man hat, der ganze Platz ist weg mit dem Zeug, was man sich da irgendwann mal zusammengekauft hat. Wahrscheinlich gibt es bald die Zalando-Messis, die irgendwie zu Hause Berge von Sachen haben, die sie eben falsch eingekauft haben. Genau. Sodass ich glaube, dass es da eine Bewegung geben wird, ob es dann den Gemeinden, den Trend zu noch mehr Konsum schon gebrochen ist. Das ist ja zurzeit sicher noch nicht so. Da gebe ich Ihnen ja recht. Also ein Sonderaspekt bei Zalando ist natürlich auch nochmal die Möglichkeit, die Sachen dann plötzlich wieder zurückzuschicken, kostenfrei und dadurch, ich meine, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es kleine Transportwege, da werden die Sachen permanent hin und her geschickt und wieder zurückgegeben. Und logistisch ist es ja eine Horrorvorstellung, was da passiert. Jetzt wird wieder ein neues Logistikzentrum gebaut. Da müsst ihr wahrscheinlich in dem Zusammenhang aber auch noch Amazon nennen, die ja im Prinzip auch da ein Riesenanbieter sind von allem Möglichen. Aber Zalando, nur, also ich bin die Ökologie-Referentin, da habe ich Böll-Stiftung, ich habe diese Studie begleitet, wollte nochmal, so? Genau. Ich bin die Ökologie-Referentin, habe diese Studie begleitet und war so teils ein bisschen frustriert. Nochmal ein Kommentar, Zalando ist natürlich nicht einer der Phänomene, die wir hier gerade diskutieren. Wir diskutieren sozusagen den Tausch und die Versendung von gebrauchten Textilien. Also das ist etwas anderes. Nur, dass viele dieser Nutzen statt Besitzen-Formen eben durch das Internet jetzt eine Chance bekommen, weil es halt leichter ist, jemanden zu finden, der das Gleiche will wie ich. Und ich fand das total, und ich finde das auch total toll, weil es eben diesen Kulturwandel hat und gleichzeitig war ich als Ökologin so etwas enttäuscht, ist ja zu viel gesagt, aber es ist ganz klar, es kommt ja total drauf an. Es kommt eben auf den Gegenstand drauf an, auf den Transport und die ganze Ausgestaltung. Und jetzt frage ich mich, wie kann ich das gestalten, dass es eben ökologisch Sinn macht? Und deswegen war es auch eine Frage jetzt, wir haben ja ganz viele Leute, die sich damit beschäftigen, auch sich nochmal hierher zu setzen, weil eine Umkreissuche zum Beispiel im Internet wäre ja so eine Möglichkeit. Das muss ich nur nutzen. Ich muss ein Bewusstsein dafür haben, dass es Sinn macht, das zu machen. Und in der Kommunikation kam raus, Ökologie ist kein Thema. Und es sollte auch nicht zum Thema gemacht werden. Das war noch viel frustrierer. Ja. Und sozusagen im Sinne von, vielleicht als zweite Botschaft für diejenigen, die dafür ohnehin schon sensibilisiert sind. Vielleicht. Ja. Das macht mich als Ökologin traurig. Und die Frage ist jetzt, und das ist wirklich an alle, die hier sind, auch von den Ideen, es kann, ist Ökologie tatsächlich kein Thema? Wie kann es zum Thema gemacht werden? Und wie kann man gemeinsam daran arbeiten, dass dieses Nutzen statt besitzen, tatsächlich das Potenzial entfaltet, was es hat? Aber es kommt eben darauf an. Die Rahmenbedingungen stimmen und die Art und Weise, wie ich das tausche und mache. Und das ist meine Fragestellung, die ich eigentlich an alle habe und die ich auch hier habe sozusagen, weil es ist ein geiles Phänomen, sage ich jetzt mal. Es ist total super, dass immer mehr Leute da Lust drauf haben, aber es ist eben ökologisch noch nicht 1A. Deswegen Aufforderung, sich hier hinzusetzen, auch wenn es komisch ist am Anfang. Ja, gerne, auch von dem Markt der Möglichkeiten, Initiativen. Da fällt mir so eine Frage ein, auch so, wie kann man denn vielleicht auch das Image von Nutzen statt Besitzen ein bisschen aufpolieren? Also im Beispiel von Kleiderkreisel fällt mir eben ein, da habe ich jetzt diesen Begriff Vintage gesagt, aber es ist ja nun wirklich was Schönes irgendwie, wenn man ein einzigartiges Kleid oder schöne Schuhe findet von einer Person, mit der man dann auch Kontakt hatte und sich ausgetauscht hat, wo sie die vielleicht gekauft hat. Also wie schafft man sozusagen aus Ihrer Erfahrung heraus so das Image so zu fördern von diesem Tauschgeschäft? Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir in einem Bereich tätig sind, der sehr, sehr imagebeladen ist. Also Modegeschäft lässt sich einfach sehr leicht kommunizieren. Jeder hat irgendeinen Bezug zu Mode, trägt Kleidung. Das ist ganz was anderes, als jetzt jemanden über Chemikalienleasing aufzuklären. Und was wir natürlich auch machen, ist eben, wie ich schon gesagt hatte, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen irgendwie. Du sollst dich einschränken, du sollst weniger konsumieren, sondern wir versuchen eben die ganzen Vorteile aufzuzeigen, die es bringt, seine Kleidung zu tauschen, Ressourcen weiterzugeben, gebrauchte Kleidung von anderen Leuten zu kaufen, weil es hat tatsächlich nur Vorteile. Also die Klamotten sind einfach günstiger, als wenn ich sie neu kaufe. Ich kann Geld verdienen, wenn ich meine Kleidung, die ich nicht nutze, weitergebe. Und ich kann sogar völlig umsonst meinen ganzen Kleiderschrank tauschen, indem ich einfach kostenlos mit jemand anders tausche. Nun frage ich mich, wenn ich die Frage einfach mal an Sie stellen kann, eine Bohrmaschine zum Beispiel ist dann ja doch so ein bisschen so ein Statussymbol für einen Mann. Also ich frage mich gerade, ob man gerne seine Bohrmaschine mit den ganzen unliebsamen Nachbarmännern teilen möchte. Also diese psychologische Sperre manchmal des nicht Besitzens, sondern nur Nutzens zu überwinden. Ich denke, wenn etwas Positives, und das ist ja schon angeklungen, nämlich das Thema Gemeinsamkeit. Ich nutze etwas gemeinsam und schaffe damit Gemeinsamkeit. Und wir haben ja nicht nur das Dorf, sondern typischerweise leben wir in Kleinstädten. Und ich komme aus einer Kleinstadt. Und da muss man das Miteinander wieder organisieren. Auf dem Dorf mit tausend Einwohnern funktioniert das vielleicht noch. Aber nicht bei einer Kleinstadt von 60.000 Einwohnern. Schon beinahe wieder hier im Kiez. Aber dort ist die Vereinsamung, und das ist nicht nur die Bohrmaschine, das ist der Vertikutierer. Im Kiez? Der Vertikutierer? Nein, 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 im Kiez nicht. In der Kleinstadt. In der Kleinstadt. Ja, und es ist erschreckend, wenn man in der Kleinstadt durch die Gärten geht und durch die Häuser geht, was dann wirklich in jedem Haus an Geräten und Anlagen da ist. Und ich glaube, das ist fast eine gesellschaftspolitische Aufgabe, die übrigens Politik auch unterstützen kann. Ich glaube, Ralf Fuchs hat es genannt. Das Vertrauen miteinander wieder zu gewinnen, etwas gemeinsam zu nutzen. Und das kann man fördern dadurch, dass man zum Beispiel Dorfläden oder Genossenschaften auch als Kommune fördert. Wir kennen das bei der Energie im Moment sehr stark. Und was ich merke, ist, dass dort auf einmal eine richtige Bewegung der Menschen bei der Energie jetzt kommt, in Genossenschaften gemeinsam und nicht unbedingt dem ökonomischen Vorteil dient, sondern der Gemeinsamkeit auch einer gemeinsamen Idee folgend. Und ich glaube, so eine gewisse Werteorientierung kriegen wir da schon hin. Ich will aber noch eine Bemerkung machen, weil das so ein bisschen aus Ihrer Frage auch kam. Und Sie haben das Thema Rebound-Effekt angesprochen. Ich will das nochmal ganz, ganz deutlich betonen. Der ökonomische Vorteil, das heißt, ich spare Geld, hat den ganz, ganz dramatischen Nachteil im Moment, dass in dem Moment, wo ich das Geld spare und das Geld dann dafür ausgebe, auf die Bahamas zu fliegen, habe ich ökologisch vielleicht bei der Kleidung was Gutes gemacht, aber insgesamt natürlich einen Nachteil erzeugt. Und das kriegen wir, und das ist die bittere Wahrheit, und die ist sehr unbequem, das kriegen wir nur dann, wenn wir bestimmte Leitplanken einziehen. Das heißt also, die mit den Kosten, mit dem ökologischen Verbrauch, mit dem Verbrauch der Natur verbundenen Belastungen dann auch wirklich als Kosten internalisieren. Das heißt also, wir müssen schon aufpassen, dass wir da nicht zu, wie soll ich sagen, zu schnell sagen, das ist ja alles prima, wir sparen Geld, wenn wir uns nicht fragen, was wir dann mit den gewonnenen Geldern auch wirklich anstellen. Also die dürfen wir dann nicht wieder ökologisch schlecht einsetzen. Genau, aber nach dieser Logik müssten Sie dann auch Hybrid-Autos wieder vom Markt nehmen, weil mit denen sparen Sie auch Treibstoff ein, das dann wieder anderweitig ausgegeben werden könnte. Da kenne ich nicht, dass das vom Markt gewonnen werden muss, sondern... Das Thema ist so, dass das Drei-Liter-Auto leider nicht dazu geführt hat, dass wir weniger Sprit verbrauchen, sondern mehr, weil es auf einmal in Anführungsstrichen billiger geworden ist und auf einmal die Laufleistung sich erhöht. Die Frage ist, muss ich immer neue Straßen bauen, damit immer mehr Leute Autos fahren können? Da sage ich als Grüner, das muss ich nicht unbedingt. Wir begrüßen ein neues Diskussionsmitglied. Stellen Sie sich bitte vor. Christian Piepenbrock, auf dem Markt der Möglichkeiten hier draußen vertrete ich ein Nachbarschaftsauto. Wir machen Co-Konsum, wo Leute ihr Auto teilen im Carsharing, aber auf die Art und Weise, dass die eine Hälfte unserer Mitglieder ihre Privatautos, die 23 Stunden am Tag im Schnitt in Deutschland eh nur rumstehen, zum Verleih anbieten und die andere Hälfte unserer Mitglieder leiten dann die Autos, wie üblich im Carsharing. Ich bin jetzt eben nach vorne gekommen bei der Diskussion über das Thema, was ist eigentlich mit Besitz verbunden, jenseits vom Nutzen. Wir haben als größte Hürde zu Anfang gehabt, dass Leute gesagt haben, die Deutschen verleihen ihr Auto nicht. Das funktioniert sowieso nicht. Also Autos leihen ja, Mietwagen gibt es schon lange und Carsharing auch, aber verleihen tut es nicht. Aus zwei Gründen. Das eine ist ein technischer Grund, den haben wir angegangen. Ja, wenn was passiert, dann ist es nicht versichert oder irgendwie sowas, das kann man angehen. Die zweite Sache ist aber das Status, Prestige und Wahrnehmung, was mit Besitz verbunden ist. Und das war hier eben schon angeklungen, dass man ein Auto nicht nur deshalb hat, weil man von A nach B muss, sondern weil das Teil meines Lebensraums ist. Also physisch, es gibt Leute, die verbringen, pendeln zur Arbeit zweieinhalb, drei Stunden jeden Tag da drin. Das ist ihr Raum. Und das Auto an sich dann wird auch wahrgenommen als das, was ich ganz persönlich habe. Und da merken wir, dass das auch der größte Effekt ist bei den Mitgliedern bei uns und wenn wir mit denen diskutieren. Die Verhaltensänderung, die Hürde ist groß mitzumachen beim Fairline. Und wenn die Leute mitmachen, verstärken sie ihre pragmatische Nutzung ihres Fahrzeugs und distanzieren sich von dem Objekt persönlich so ein bisschen. Und ich glaube, das ist die größte Verhaltensänderung, die man machen kann. Und man spart eine Menge. Also bei Autos ist es so, CO2-Ausstoß kommt von Autos zur Hälfte von Herstellung und Verschrottung. Nur die andere Hälfte ist im Spritverbrauch. Wenn man dann mit einem Auto fährt, was eh schon da war, dann ist der Effekt natürlich groß. Ganz interessant ist ja gerade zum Beispiel so dieses DriveNow oder Car2Go. Also alle möglichen Autohersteller haben ja nun Elektroautos zum Leihen. Da habe ich das Gefühl, dass eben auch eine bestimmte Generation dieses Statussymbol des Besitzen, also das Auto zu besitzen, gar nicht mehr so nötig hat, sondern dass das jetzt fast schon wieder ein Statussymbol sein kann. Also dass man sozusagen sagen kann, ich habe jeden Tag ein neues Auto, heute fahre ich ein BMW, morgen ein Peugeot, übermorgen ein Renault. Kann das sein, dass das eben auch mit sozusagen einer Generation zu tun hat? Auf jeden Fall. Ich habe vor zehn Tagen Zahlen gelesen, in Stuttgart gibt es eine Studie, dass bei den unter 30-Jährigen der Autobesitz um zwei Drittel gefallen ist in den letzten zehn Jahren. Also Autos zu kaufen. Der Artikel schilderte es so, als vor 20 Jahren war erster Job, erstes Auto gehörte quasi zusammen. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. In den Städten. Da hat das teure Smartphone einen höheren Statuswert. Ich kenne Autohersteller in der Nähe von Stuttgart, die ihren ganzes Geschäftsmodell auf Status beruht und denen wahrscheinlich, die sich wahrscheinlich große Gedanken machen, was da draus wird. Das hat ja auch was mit Praktikabilität zu tun. Also ich wohne in Prenzlauer Berg und man kann da eigentlich gar kein eigenes Auto mehr haben, weil man findet keinen Parkplatz. Man braucht ungefähr doppelt so lange, wenn man sozusagen zurückgekommen ist, nach Hause, um einen Parkplatz zu finden. Insofern muss man sich das schon zweimal überlegen. Ich würde bitten, den nächsten Diskussionsteilnehmer, dass er sich vorstellt. Ja, Frank Gehraus ist mein Name. Und einerseits bin ich ein Grüner, aber andererseits arbeite ich auch und das passt gerade zu dem Vorgängerthema hervorragend in der Konzernstrategie der Deutschen Bahn. Und wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dem Thema, wie wir das nennen, Jugend ohne eigenes Auto. Und versuchen herauszufinden, was da passiert. Also diese Studie aus Stuttgart, die ist ganz aktuell, das ist die erste Zahl, die wir kennen zum Thema junge Leute in der Stadt. Also minus 70 Prozent in den letzten zehn Jahren, Autobesitz in Stuttgart, in Daimler Town immerhin. Allgemein auch minus 8 Prozent insgesamt in Stuttgart, alle Menschen. Berlin ist da übrigens ganz vorn. Berlin ist die autoärmste Stadt der reichen Welt. Die autoärmste Stadt der reichen Welt. Also Lagos in Nigeria hat weniger Autos. Und die Tendenz ist ständig sinkend. Und es geht noch weiter. Die Zahl der S-Bahn-Fahrgäste, S-Bahn ist eine Tochter von uns, gerade nicht im perfekten Zustand. Die Zahl der S-Bahn-Fahrgäste steigt jedes Jahr, auch in den letzten vier Jahren. Das merkt man ehrlich gesagt. Ja, ja, aber Sie wissen, was da passiert ist. Also sozusagen, davor hatten wir Jahressteigerungsraten von fünf Prozent pro Jahr. Die sind etwas zurückgegangen. Also da ist schon einiges im Gange. Aber nochmal zu dem Thema Jugend ohne eigenes Auto. Ich finde das bei der Problemlage hier unglaublich interessant. Also erstmal, weil die Autos so groß und rohstoffverzehrend sind. Also das sind ja nun wirklich gigantische Dinger. Die Autoindustrie weltweit plant im Moment eine Verdoppelung der Autozahlen in den nächsten zwölf Jahren. Von einer Milliarde auf zwei Milliarde. Und wenn wir dann 2050 zehn Milliarden auf der Welt sind, sollen es fünf Milliarden sein. Oder vielleicht auch sechs oder sieben. Je nachdem, wie die Flugzeugindustrie plant. Übrigens eine Verdreifachung der Flugzeuge. Selbst in Deutschland verplant die eine Verdoppelung. Mit welchem Öl die betreiben wollen, ist uns völlig unklar. Das glauben wir gar nicht. Aber ich wollte noch was sagen zum Thema. Wir versuchen auch herauszufinden, woran das liegt. Dieses Phänomen, auch dazu im Autoland Nummer eins der Welt, Deutschland. Junge Leute haben kein eigenes Auto mehr. Die haben auch kein Interesse daran. Die haben übrigens nichts gegen Autofahren. Die haben was gegen Autobesitzen. Und wir haben diverse Gründe untersucht, die nicht funktionieren. Also die haben zum Beispiel nicht weniger Geld. Die Durchschnittsbevölkerung, das sinkt zwar, das Einkommen. Aber bei den jungen Leuten bleibt es etwa gleich in den letzten zehn Jahren. Es gibt einen gewissen Effekt vom Semesterticket. Aber das sind relativ kleine Anteile an der Bevölkerung, die Studenten. Die sind natürlich mentalitätsmäßig wichtig und so. Und was dann übrig bleibt, ist eine Verhaltensänderung. Und aufgrund der Diskussion habe ich mir angeguckt, also sozusagen, ich glaube man braucht drei Voraussetzungen, bis es dazu kommt, dass jemand ablässt vom Besitz. Das eine ist sozusagen, dass dieser sozusagen irgendwie die erotisch-psychologische Komponente von Besitzen nachlässt. Also das Aufreißerinstrument roter Sportwagen. Funktioniert bei jungen Leuten überhaupt nicht mehr. Es ist inzwischen so, dass junge Frauen sagen, ein Mann mit einem dicken Auto ist für mich unattraktiver als andersrum. Außer in gewissen Milieus noch. Ich lasse mal weg welchen. Also sozusagen, der Besitz muss unerotisch werden. Das ist der erste Punkt. Dann es muss tatsächlich eine Alternative geben. Das war immer dieses etwas bemühte Carsharing. Das ist inzwischen schickes Drive-Now und viel auch leichteres. Aber auch Flink nicht zu vergessen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Flink mit C. Sehr empfehlenswert. Das ist so eine Art Echtzeit-Online-Mitfahrzentrale. Also man sitzt im Auto, nimmt jemanden mit, der gerade so mitfahren will und so. Und das Dritte ist dann irgendwann aber auch Zwänge. Ich glaube, die müssen auch sein. Sonst ist das eher nur eine Möglichkeit. Und die Zwänge beim Thema Auto sind halt, es war noch nie wirtschaftlich sinnvoll für die allermeisten Menschen, ein privates Auto zu haben. Die Dinger werden nie benutzt. Das konnte man sich halt leisten und es war eben irgendwie erotisch. Aber vernünftig war das noch nie. Und wir haben immer vorgerechnet als Bahn, es ist total vernünftig in öffentlichen Verkehrs zu benutzen. Viel billiger und alles. Sagt auch der ADAC inzwischen. Alles fein. Aber es gab da so einen Grund. Und jetzt, diese junge Generation hat offenbar dieses erotische Verhältnis zum Besitz nicht mehr. Dann funktioniert plötzlich die Vernunft. Und dann ist plötzlich multimodal und ab und zu mal ein Auto und so angesagt. Ja. Und deswegen glaube ich, bei anderen Dingen, die nicht so super hochpreisig sind wie Autos, brauchen wir halt dringend Ölverknappung, Rohstoffverknappung, die richtig zuschlägt. Und die wird relativ bald kommen. Also beim Öl sind wir uns ziemlich sicher. Also ich empfehle da auch internationale Energieagentur, ganz unverdächtiger Laden, der ankündigt, wie stark sich das Öl verknappt. Jetzt gerade doch vielleicht zum Abschluss noch, ich höre gleich auf, ja. Herr Obama hat gerade noch, der jetzt glücklicherweise wieder Präsident ist, hat gerade noch in der Wahlkampfrede sich getraut, den Amis auch zu sagen, die jetzt wieder von Öl im eigenen Lande reden, die Amis verbrauchen 25% der Ölförderung der Welt und haben 2% der Ölförderung. Selbst wenn ihr Fracking das verdoppelt auf 4%, tut es vorne und hinten nicht. Also insofern, die Zeit arbeitet für dieses Nutzen. Und deswegen finde ich, glaube ich, diese ganzen Modelle sind wichtig, damit man überhaupt eine andere Struktur sieht und nicht so viel Angst davor hat, wenn sich die Welt dann ändert. Wenn dann einfach die Rohstoffe so teuer sind, dass das sich schon von selber regelt. Vielleicht zum Abschluss noch was sehr Positives. Die Schweizer, die sind ja ganz unverdächtig, was gegen Eigentum zu haben. Aber die haben in fast allen Mietshäusern ganz wenige Waschmaschinen in einem Waschgeller. Das ist da einfach ein geübtes Verhalten. Das sind meistens hochwertige Waschmaschinen, die auch lange halten und so. Könnten wir eigentlich genauso haben. Da kann man... Vielen Dank. Aber trotzdem habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass diese junge Generation, von der Sie jetzt sprachen, die Sie da eben auch untersuchen, dass da doch ein bisschen ökologisches Bewusstsein eben dieses erotische Verhältnis zum Besitz eben verdrängt hat. Frank Geratz. Da kann ich auch was zu sagen. Wir haben das genau untersuchen lassen. Wir würden uns auch sehr freuen, also jedenfalls ein paar Kollegen von mir und mir und ich, wenn das sozusagen aus den, in Anführungsstrichen, richtigen Gründen passieren würde. Da kann ich auch die Ökologie-Referenz gut verstehen. Aber die sind schon fast hardcore-mäßig so drauf. Nee, nicht wegen Öko. Ja? So. Wir wissen nicht so genau, warum. Also es ist wirklich, es ist sehr spannend, meines Erachtens, da mehr Energie reinzustecken, speziell beim Thema Auto, warum das passiert. Ja? Um zu verstehen, wie kriegt man so eine Verhaltensänderung hin. Aus gewisser Weise freien Stücken. Die haben wirklich genug Geld und so weiter. Aber die sagen ausdrücklich nicht wegen Öko. Ob sie es nur sagen, weil Öko irgendwie piefig und 68er ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls... Nennen wir es einfach anders. Nennen wir es einfach anders, wenn wir es brauchen. Bitte stellen Sie sich... Achso, Entschuldigung. Ich würde gerne nur ein bisschen Wasser noch in diesen Wein reingießen, weil man sieht ja, dass andere Statussymbole bei der genannten Zielgruppe das Auto ersetzen. Nicht zuletzt die ganzen modernen Geräte mit dem Äpfelchen drauf. Und wenn man sieht, welche Rohstoffmengen gerade in diesen relativ... Also wir nennen das insbesondere Produkte, die den großen ökologischen Rucksack auch allein in der Herstellung tragen, drin sind, ja, dann sind wir ganz schnell additiv auch beim Auto und möglicherweise sogar drüber. Und die Zyklen, wie diese Produkte ausgemustert werden, auch die ja die neuen Statussymbole sind, ja, da dürfen wir uns nichts vormachen. Muss mal gucken, ob sich insgesamt eben sozusagen im täglichen Ressourcenverbrauch oder im Ressourcenverbrauch pro Kopf, pro Jahr bei dieser Zielgruppe, die jetzt auf Autos da mal anders reagiert, auch was passiert, ja. Ob wir da tatsächlich absolut runterkommen oder ob das reine Verlagerungseffekte sind. Und ich glaube, da haben wir noch ein ganz schön dickes Brett zu bohren, nicht nur das zu verstehen, was beim Auto passiert, sondern was sich halt eben auch in anderen Produkten niederschlägt. Ich denke, auch da lohnt sich zweimal hinzuschauen. Ich weiß jetzt nicht, wer von Sie. Mein Name ist Indra Enderlein, ich bin Referentin für Umweltpolitik beim NABU, habe auch die Studie mit begleitet, habe Rege mit dem Wuppertal-Institut diskutiert, weil wir auch durchaus andere Hintergründe haben. Also klar, das Ziel ist, den Ressourcenverbrauch schließendlich zu senken. Klar ist, wie eben am Anfang der Diskussion auch schon besprochen, alleine die Effizienzrevolution kann es nicht sein. Wir brauchen auch eine Verhaltensänderung. Und genau das ist der Punkt, weshalb ich auch gerade aufs Podium gesprungen bin. Das finde ich auch der Knackpunkt und das finde ich eigentlich auch der interessante Punkt, weil wir reden ja hier über Lebensstile. Wenn wir über Nutzen und statt Besitzen sprechen, dann sprechen wir oder dann denke ich nicht an das einzelne T-Shirt und ob es jetzt sinnvoller ist, es sich 50 oder 40 oder 30 Kilometer zuschicken zu lassen, sondern es geht um Lebenswandel, es geht um Wertewandel und es geht eigentlich darum, wie benutze ich Sachen und wie selbstverständlich benutze ich Sachen. Wir haben am Anhang der Studie, das ist vielleicht auch noch für Sie interessant, über 100 Beispiele zusammengetragen, ganz unterschiedliche, einfach nur exemplarisch, was es alles gibt, was alles genutzt wird statt gekauft wird. Das fängt an mit den Luxustaschen in einem Segment, wo man jetzt nicht an die Ökos denkt und es hört auf mit Backformverleih, was es alles gibt. Ich war auch selber sehr überrascht, was es da alles gibt. Und aus unserer Perspektive ist es so, dass wir generell diesen Lebensstil, diesen Lebenswandel, diesen Einstellungswandel fördern möchten. Und wir sehen, dass, also diese Modelle sind ja nicht alt, also oder auch bei Bibliotheken funktioniert das ja super. Bibliotheken, das ist eine Sache, die ist anerkannt, das ist hochwertig. Man denkt nicht an finanziell schwache Menschen, wenn man an Bibliotheken denkt, sondern man denkt, natürlich ist unser Kulturgut, das müssen wir teilen, dass ganz viele Leute das nutzen können. Und das ist der Wandel, den wir versuchen als Umweltverband in die Diskussion, in die gesellschaftliche Debatte einfließen zu lassen. Und also wenn ich jetzt an die internetaffinen oder mobil oder Smartphone benutzenden Jugendlichen oder jüngeren Menschen denke, dann wünsche ich mir, dass die eingeben, ich möchte gerne einen Vertikulierer haben im Prenzelberg. Die geben das ein in ihr mobiles Endgerät und die bekommen zehn Möglichkeiten genannt. Der Nachbar links nebendran hat einen, ich kann ihn im Baumarkt leihen, ich kann ihn gemeinschaftlich beim Leihladen in der Fairbeliner Straße ausleihen. Also es gibt einfach die Möglichkeiten, die aufgezeigt werden müssen. Und deshalb ist auch ein Aspekt dieser Studie der Kommunikationsteil. Aus unserer Perspektive ist es wirklich sinnvoll, sich zusammenzuschließen, auch wenn man ganz anders skaliert oder mit ganz anderem Hintergrund ein Modell verfolgt, kann ich mir vorstellen, dass es in die breite Masse so gelangen kann, weil man einfach Effekte hat, wenn man einen Vertikulierer sucht und auf einmal entdeckt, es gibt ja den Leihladen und da könnte ich mir vielleicht auch die, was auch immer was anderes leihen. Und das war so der Punkt, weshalb wir, es ist ja auch nur eine Kurzstudie, der Punkt ist ja nicht, dass wir bei jedem Einzelnen genau abchecken wollten, was ist jetzt genau ressourcenmäßig günstiger und was empfehlen wir mehr, sondern es ist ein Beitrag für eine gesellschaftliche Debatte, der wir uns einfach auch stellen müssen. Und dann trifft man sich immer sonntags im Volkswahl Friedrichshain zur Vertikulierer-Gruppe zum Beispiel. Und dann macht man da ein bisschen Luft in das Gras. Das ist doch eine schöne Vorstellung. Zum Beispiel, ja. Also ich wollte dazu nur kurz sagen, die technischen Möglichkeiten dazu, die gibt es bereits. Also es gibt, mir fallen auf der Stelle drei Mobile Apps ein, die du dir auf dein iPhone laden kannst, mit denen du genau das machen kannst. Möchten Sie sich noch in die Gruppe einmischen? Bitte stellen Sie sich dann vor. Hallo. Ja, guten Tag. Ich hoffe, dass ich für alle klar sprechen werde. Wie man hören kann, ich komme aus Frankreich. Mein Name ist David Delsaar und ich bin unter anderem engagiert bei den sogenannten Freunde der Erde in Frankreich. Das ist in Deutschland der Bund. Und ich bin da auch für Fragen mit sozialen Netzwerken und auch Innovation beschäftigt. Und ich habe auch viele Kontakte mit Start-ups und ich sehe auch, wie diese sogenannte Collaborative Consumption als Thema in Frankreich auftaucht und sich auch startentwickelt. Und deshalb wollte ich ein bisschen hier in der Diskussion mich reinmischen. Ich denke, dass dieses Thema zum Beispiel in Frankreich auch sehr high ist. Man sieht, dass viele junge Unternehmer sich das Thema aneignen und da versuchen natürlich interessante alternative Projekte zu entwickeln. Allerdings da auch ist diese Problematik von Ökologie sehr selten thematisiert, aus guten Gründen, weil sie natürlich intuitiv spüren, dass ihre Modelle nicht immer so ökologisch sind. Und zweitens, weil sie auch denken, dass für die User das, was wirklich reizend ist an ihrem Konzept, ist, dass sie Geld sparen können. Und darauf komme ich einfach zu diesem Thema auch. Das ist auch ein kleiner Dampfer zu dieser Intervention über die Person, also was die Person von der Deutschen Bahn gesagt hat. Es gibt natürlich neue Werte und neue Art und Weise mit, wie sagt man das, mit Besitz umzugehen in den jungen Generationen. Aber das führt nicht unbedingt dazu, dass es zu ökologischen Verhalten führen werde. Ich kann ein Beispiel nennen. Das ist diese Firma, die sich sehr stark entwickelt hat in diesem Bereich. Das ist Airbnb, die vermittelt Wohnungen. Man kann Wohnungen mieten über die Plattform. Das ist eine Firma, die enorme Zuwachszahlen hat, gerade in Berlin. Ich denke, dass auch unter diesem sozialen Aspekt Airbnb unwillkürlich, sicherlicherweise, aber ich glaube, dass sie das auch irgendwo wissen, fördert sehr stark in einer Stadt wie Berlin die Gentrifizierung. Das ist die eine Rolle. Es ist auch ein Akteure, aber es gibt auch viele andere in dieser Entwicklung wie EasyJet und andere Firmen, die wiederum mit Collaborative Consumption nicht zu tun haben, die aber sehr stark davon profitieren, dass Menschen, die kein Auto vielleicht, also junge Leute, die vielleicht kein Auto haben wollen, reisen aber auch sehr gern. Sie nehmen Flugzeuge sehr oft und die haben da überhaupt kein Bewusstsein dafür, zumindest in Frankreich, dass das ein ökologisches Problem ist. Und woran will ich hinaus? Ich will hinaus, dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, dass Verbände wie die NABU oder andere sich das Thema aneignen, dass sie über dieses Thema auch so sich ausdrücken, das Thema sehr kritisch beleuchten, sich da auch in den Themen einmischen. Das heißt, wenn auch Startups Projekte entwickeln, dass sie sich in der Diskussion mischen, weil diese Startups sehr stark auch mit sozialen Netzwerken zu tun haben. Man kann sicherlich auf dieser Ebene da auch sprechen. Das kann auch wiederum für diese Startups interessant sein, weil die können dadurch auch ihr eigenes Modell überprüfen. Wenn sie in der Diskussion gezogen sind, das werden sie auch tun, weil sie sehen auch sehr empfindlich, was Vertrauen vom User angeht. So, was man auch von denen denkt. Also diese Problematik von PR-Arbeit ist bei Startups auch sehr bewusst da. Und ich denke, dass es wichtig ist bei der ganzen Diskussion, dass dieser ökologische Standpunkt auch stark vertreten ist, dass man sagt, es gibt sehr interessante Einsätze von Startups. Sie machen Innovation, die wissen nicht immer, was sie machen. Das ist für die auch nicht immer einfach. Die müssen neue Businessmodelle entwickeln. Aber es ist auch gut, dass es Akteuren von draußen gibt, aus der Forschung. Oder es sind Verbände, die sich in der Diskussion einmischen und auch gucken, was da genau gemacht wird. Weil man kann sonst sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielen, die zum Teil sehr kontraproduktiv sein werden. Oder, voilà. Ich hoffe, das war klar genug. Ja, also man kann ja mal überlegen, wie man sozusagen ein Bewertungssystem schafft, um vielleicht solche Startups oder eben internetbasierte Nutzen- statt Besitzen-Plattformen zu bewerten. Also ich glaube, die User untereinander, da gibt es ja Bewertungssysteme. Also zum Beispiel, wenn man bei Kleiderkreisel ist, ist es ganz einfach zu erklären. Also da gibt man dann eben ein, ja, der User, der ist besonders zuverlässig, der hat mir das ganz schnell geschickt. Und den kann ich weiterempfehlen. Dann gibt es ein Sternchen. Und so könnte man das ja im Grunde genommen auch machen, aber vielleicht mit einem Ökologie-Button. Also diese Tauschaktionen sind eben ressourcenschonend oder diese Kaufaktionen. Was für Ideen gäbe es dann noch? Ich weiß nicht, ob Herr Rohn da vielleicht mir noch was sagen kann dazu. Ja gut, wir hatten ja ein paar Sachen vorgeschlagen, jetzt direkt auch in Bezug auf den Textilientausch. Also sowohl Sammelbestellungen, als dass man halt vielleicht auch jemanden extern beauftragen kann. Wieso soll nicht Stiftung Warentest Geschäftsmodelle im Bereich Nutzen- statt Besitzen bewerten? Ja, also wäre vielleicht mal eine zukünftige Aufgabe. Also ist im Übrigen eine der Organisationen, da haben die im Großteil der Deutschen das meiste Vertrauen rein in so eine Organisation. Also wieso da nicht vielleicht auch mal einen ökologischen Aspekt mit reinbringen, der auch objektiv bewertet wird? Oder halt eben auch selber als Plattformbetreiber Tipps geben, wie man das machen kann, ganz offensiv. Schauen Sie sich zuerst in der Umgebung um, gibt es das nicht vielleicht auch lokal verfügbar? Etc. pp. Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wo ich sagen würde, wenn jemand so eine Plattform betreibt, dann auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Aber ich würde gerne nochmal einen Aspekt aufgreifen, den Sie eben auch mitgenannt haben und Intra Enderlein eben auch angesprochen hat. Für uns ist ganz entscheidend, wir verfolgen ja ein Ziel auch als Institut. Wir sagen, wir müssen irgendwie Leitplanken schaffen für die Gesellschaft, wie wir es erreichen können, dass wir 2050 etwa nur noch Faktor 10 weniger an Ressourcen in Deutschland verbrauchen. Es gibt ganz viele Bestrebungen, das momentan politisch zu tun. Wir haben eine Ressourceneffizienzstrategie, ein Ressourceneffizienzprogramm der Bundesregierung. Wir machen unheimlich viel im Bereich der ressourceneffizienten Produktion. Aber so wie es Intra Enderlein eben betont hat, es braucht sozusagen den zweiten Aspekt auch. Es braucht die Konsumseite. Wir müssen uns die Frage stellen, was wollen wir denn eigentlich von unseren Produkten? Und wir haben schon vor 20 Jahren, hat unser früherer Chef letztlich den Begriff der Dienstleistungserfüllungsmaschine geprägt, weil eigentlich sollen diese ganzen Produkte, mit denen wir umgeben sind, doch sozusagen Nutzen stiften. Die Bohrmaschine soll eigentlich ein Loch bohren. Ich will keine Waschmaschine haben, sondern saubere Wäsche. Ich will gemähten Rasen haben und keinen Rasen mehr. Also diesen Aspekt einfach über die Diskussion neu mit einbringen zu können, das ist uns ein massives Anliegen, weil wir hinterfragen das typischerweise gar nicht mehr, was wir denn eigentlich haben wollen von diesem Produkt und manchmal merken wir richtig, wie lästig das auch ist. Also das kam ja auch raus, sozusagen nicht nur, wenn man mal gerade umzieht, zu sehen, wie viele Kartons muss man denn da packen und schleppen und es tut einem das Kreuz weh, sondern auch alltäglich. Ich muss die Bohrmaschine, dann geht was kaputt, dann bricht mir der Bohrer ab, der Rasenmäher, da reißt der Keilrieben, dann muss ich Ölwechsel machen bei dem Ding und so weiter. Ich beschäftige, umso mehr Dinge ich habe, umso mehr bin ich doch tatsächlich auch befasst mit diesen Dingen und mir fehlt eigentlich die Zeit, die Dinge zu tun, die vielleicht auch wirklich wichtig sind. Und dafür, glaube ich, entsteht auch ein gewisses Bewusstsein. Aber das voranzutreiben, das ist für uns mit eine Grundmotivation gewesen, diese Studie auch zu machen. Also rein weg von dem Denken, nur effiziente Produktion, sondern auch die zweite Seite, ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Möchten Sie sich vorstellen, bitte. Mein Name ist Gerhard Kast, ich bin vom Reuse Computerverein hier in Berlin. Ich hätte Überlegungen, die die Politik vielleicht mal anstellen sollte, gerade wenn es darum geht, dass jemand ein Start-up gründet oder wenn eine Firma investiert, gibt es Investitionszuschüsse. Die dürfen in der Regel, aber soweit ich weiß, nur für neue Geräte und für neue Waren ausgegeben werden. Warum kann man dann nicht auch Regeln schaffen, dass man eben auch gebrauchte Geräte damit einkaufen kann oder dass man zum Beispiel auch Leasing in Anspruch nimmt. Das ist im Rahmen der Förderbedingungen in der Regel, glaube ich, sogar explizit ausgeschlossen. Und da, denke ich, wäre doch die Politik gefragt, hier mal einen Rahmen zu bauen, der sowas unterstützt. Gerade vor dem Hintergrund, dass man zum Beispiel Computer, aber zum Beispiel auch Messgeräte, ja länger nutzen kann oder gegebenenfalls wiederverwenden kann und nicht jedes Mal was Neues anschaffen muss. Ja, vielen Dank für die Anregung. Es ist richtig, dass heute alle steuerlichen Bedingungen, alle Förderbedingungen in der Regel davon ausgehen, doch von einem überkommenen Begriff, dass man eben mit dieser Förderung letztendlich Konsum fördern will. Und ich kann nur dazu sagen, dass solange wir sehr einseitig in unserer Betrachtung auf das Bruttoinlandsprodukt als alleinigen Maßstab gucken und zum Beispiel andere Indizes wie zum Beispiel den ökologischen Fußabdruck oder auch die sozialen Komponenten nicht mit betrachten, werden wir nicht so weit kommen. Und in unserer Arbeit in der Enquete-Kommission ist genau das unser Ziel. Das heißt, ich muss mich insofern allerdings korrigieren, weil das Bruttoinlandsprodukt nicht notwendigerweise schlecht ist. Wir müssen es nur nicht als Ziel, sondern als Ergebnis betrachten. Und wenn wir dann die anderen, nämlich ökologischen und damit das Nutzen statt Besitzen in den Vordergrund schieben würden und damit dann auch steuerliche Möglichkeiten eröffnen würden, so etwas zu fördern, Sie haben vollkommen recht, dann könnte man so etwas tun. Und richtig ist, da haben wir als Politiker einen Nachholbedarf. Im Moment ist es so, dass wir keinerlei Gebrauchte oder Gebrauchsgüter nicht in dem Sinne fördern, dass wir, wenn sie nicht neu sind, sie nicht mehr fördern. Vollkommen richtig. Darf ich einen Satz dazu sagen? Wir haben natürlich auch, da müssen wir uns auch ganz ehrlich in die Augen schauen, eine Industrie, die das auch nicht unbedingt will. Das ist ja so. Die wollen ja ihre Produkte in Massen verkaufen. Und genau diese Chefsmodelle sind natürlich nicht in deren Fokus. Und das bedeutet natürlich schon auch, da wird es ja auch heftige Widerstände geben. Das wird einfach über Preiskampf, über andere Dinge auch gemacht werden. Und deswegen ist es auch richtig, dass man die Rahmenbedingungen dafür aus meiner Sicht verändern muss. Da sind einmal die rechtlichen Fragestellungen, glaube ich, spielen eine ganz große Rolle. Auch die Gewährleistungsfragen und, 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 was alles damit zu tun hat. Ich glaube, da kann man gemeinschaftlich etwas auf den Weg bringen. Die steuerlichen Rahmenbedingungen spielen eine Rolle. Aber auch die Verpflichtungen für die anderen produzierenden Unternehmen, dass man tatsächlich auch Maßstäbe sozialer Art einbaut und ökologischer Art einbaut. Denn wir haben vorhin über Apple geredet. Das ist so ein Hype um die Geräte. Und die werden unter irrsinnigen, sozialen, miesesten Bedingungen produziert. Und keiner fragt danach. Kein Mensch fragt nach den Bedingungen, wie das ist. Und ich glaube, auch da muss man ansetzen, dass man das einfach nicht mehr zulässt. Da muss man Standards definieren und muss das hinterher auch so definieren, dass die Schäden, die man da sozial und ökologisch anrichtet, am Ende auch die betriebswirtschaftlichen Gewinne ein Stückchen weit auffrisst. Erst dann wird auch ein Umdenken jedenfalls bei den Unternehmen gefallen sein. Aber der Verbraucher spielt natürlich auch eine Rolle. Und solche Modelle, wie hier sind, glaube ich, können auch zu einer Verhaltensänderung führen. Wir haben ja das an dem Beispiel der Automobilkonzerne, die sehr genau wissen, die verkaufen ihre Autos ja nicht mehr in Deutschland. Wir sind da, auch der europäische Markt ist da tot. Da passiert nicht mehr viel nach vorne. Wo verkaufen die in China? Da fahren sie aber nicht mehr. In Peking können sie ja nicht Autofahren. Weil das waren früher alles Fahrräder und die stehen ja heute nur noch. Das heißt, Sie wissen, auch dieses Geschäftsmodell wird in Peking ohne öffentliche Verkehrsmittel, ohne andere Modelle, da gibt es die ersten Modelle, wieder Leihfahrräder und Fahrräderstationen zu errichten in dem Fahrradland schlechthin. China war vor 30 Jahren das Fahrradland schlechthin. Da sind Millionen auf dieser Straße Fahrrad gefahren und jetzt stehen sie alle da. Und deswegen glaube ich, dass diese Modelle auch woanders kommen werden. Die wissen das längst, sie versuchen aber trotzdem mit ihren alten Geschäftsmodellen noch vorwärts zu kommen. Und deswegen braucht es aber Lösungen. Und ich glaube, hier zeigt man ja an, es ist ja nicht unbedingt ein Absenken eines Lebensstandards, wo die Leute Angst vorhaben, sondern es ist ein Umsteuern, mit anderen Werten umzugehen und gar keinen Wohlstandsverlust. Also ich glaube, der Wohlstandsverlust ist an der Stelle gar nicht da, wenn man das hier macht, wie das hier mit den Kleidern dargestellt, sondern das ist sogar ein Mehrwert, weil man dann nicht die uniforme Kleidung, die ja jedes Jahr von den gleichen Ketten immer wieder rausgeschmissen wird und dann sieht am Ende jeder gleich aus. Das ist ja hier anders, wenn man sich die Dinge anders aussuchen kann. Ich glaube, das ist sogar ein Mehrwert. Und diesen muss man auch nach vorne stellen. Deswegen bin ich gar nicht so pessimistisch. Man muss nicht Ökologie immer nach vorne schieben. Am besten ist die Modelle funktionierend. Aber man muss es berechnen vor. Wenn sie dann vernünftige ökologische Effekte haben und sie funktionieren, weil sie einfach geil sind, dann ist ja auch gut. Dann sollen sie einfach gemacht werden. Und das ist ja auch, glaube ich, das. Man hat es ja bei den ganzen Bio-Lebensmitteln und so bei anderen Bereichen. Das ist heute schon schick. Also da gibt es eine ganze, schon viele Leute, die das einfach gut finden, die ja auch nicht über die Ökologie nachdenken, sondern einfach sagen, das ist ein tolles Produkt und das nehme ich einfach. Vielen Dank. Wir kommen jetzt langsam zur Schlussrunde. Wir wollen gegen Neuen fertig sein. Wir können dann auch noch draußen ein bisschen weiter diskutieren. Ich bitte Sie beiden, sich kurz zu fassen und nochmal sich vorzustellen. Ja, ich bin Matthias Schnaus vom Moobiter Ratschlag mit den Projekten Fahrbar und Brauchbar, auch da draußen. Und wir machen im Moobiter Kiez, versuchen wir eine Gebrauchtkultur aufzubauen, in regionaler Form. Und da geht es eigentlich uns nicht nur um Ökologie, sondern es geht uns um die Menschen dort mit ihren Bedürfnissen. Die sind sehr gemischt. Und ich sehe auch ein bisschen hier diesen Aspekt, Ökologie herauskehren zu wollen mit gemischten Gefühlen. Natürlich habe ich auch schlicht auch mein ökologisches Herz, aber wenn ich die Menschen dort sehe, dann merke ich eigentlich, dass ein großer Teil von den Menschen wirklich in prekären Verhältnissen lebt. Und das ist ein großer Anreiz, wirklich gebrauchte Produkte zu benutzen oder auch anzuregen, zu reparieren zu lassen und so weiter. Das wollen wir so tun. Und ich denke, es ist aber nicht nur, sondern es ist eine Mischung. Und diese Mischung finde ich interessant und wichtig. Und ich denke, damit kann man, indem man so Sperrmüllmärkte macht, wo Leute eben brauchbare Sachen hinbringen und andere wieder mitnehmen und die sich begegnen und man irgendwie das feiert, einen Ressourcentag feiert und das weiterentwickelt, das hat einen Sog, das gibt eine Kultur. Und diese Kultur mischt, da mischt sich alles Mögliche, nicht nur die Ökologie. Und ich denke, diese Art neue Lebensweise, die sollten wir erkennen als etwas, was einen Aufbruch darstellen kann und was ich einfach auch toll finde. Also reparieren statt besitzen. Besitzen und reparieren. Und das dann auch noch teilen. Ja, Gerda Münich, ich bin oder wir sind hier mit dem Beispiel Almendekontor draußen, auch mit dem Stand und mit dem Gemeinschaftsgarten auf dem Tempelhofer Feld. Auf 5000 Quadratmeter nutzen mehrere hundert Gärtner eine Fläche, die sonst jemand alleine besitzt, die er schützen muss. Wir brauchen nicht mal einen Zaun. Und die Menschen, die dahin kommen, kommen zu Fuß hin, die brauchen auch kein Auto, um irgendwo nach Berlin auswärts zu fahren und einen Garten zu haben. Und das ist, sage ich mal, dieses muss man Fläche besitzen, um das Erlebnis von Gärtnern oder von Erde und überhaupt zu haben. Deshalb sind wir hier. Das Zweite, weshalb ich mich aber auch hier vorgewagt habe, über die Gärten ist schon sehr viel bekannt, zu den Kleidern. Also, ich würde nie zu Kleidern Klamotten sagen. Klamotten ist schon der Begriff, das ist viel und wird irgendwo weggeworfen oder nicht mehr. Ich denke nach wie vor, Kleider sind was und ich komme aus so einer Kultur und dieser Vintage-Begriff ist mir auch ein ganz wichtiger. Kleider sind maßgeschneiderte Dinge. Und das möchte ich gerne, dass das wieder wird. Und dann hebe ich auch meine Sachen auf und meine Tanzkleider aus den 50er und 60er Jahren, die sind sowas von gesucht. Und deshalb denke ich, man muss nicht alles aufheben, aber das ist praktisch wie zweite Haut. Also das Bewusstsein dazu wieder zu erwecken, das ist mehr wert, als dann noch viel zu tauschen. Ich habe nichts gegen Tauschen, das ist so für alle Tage oder überhaupt und macht auch mal Spaß. Aber ich denke, das Verhältnis zu den Kleidern oder zu dem, was man auch selber trägt, auch zu Schuhen, ist irgendwo verloren gegangen und aufbaufähig, genau wie das Verhältnis zum Essen. In der Zwischenzeit ja sehr viel diskutiert und entstanden ist. Und ich denke, dass das für die Kleider auch langsam Zeit wird. Sehr schön. Also eine Wertschätzung der Dinge. Also eine Wertschätzung der Dinge, die sich dann auch lohnt zu reparieren. Also was ganz Interessantes, in Berlin gibt es ja auch immer mehr Nähwerkstätten, wo umgearbeitet wird. Und Bemerkung dazu. Und natürlich ist es teurer, auch wenn man es sich machen lässt. Aber dann wird es nicht von China oder irgendwo hergekommen. Und es hält dann auch länger und durch die Wertschätzung braucht man vielleicht dann ja auch nicht immer wieder neue Dinge. Ich würde jetzt vielleicht noch mal hier anregen, auch vielleicht ein Schlussstatement von jedem hier gerne in die Runde zu werfen. Also ich fand jetzt noch mal interessant, Ökonomie des Teilens ist ein Gemeinschaftserlebnis. Das ist ja eigentlich das, was auch ein Imagegewinn ist. Also dass man eben sagen kann, man lernt Menschen kennen, man erfährt die Geschichte eines Kleides, also wie die Dame vielleicht mit diesem Kleid getanzt hat, über das Internet könnte sie diese Geschichte erzählen. Also das hat ja dann irgendwie auch ein ganz schönes Gemeinschaftserlebnis. Könnte man darüber einen Imagegewinn vielleicht auch bekommen? Das mag sicherlich sein. Das wird auch für einzelne Fälle zutreffen. Wir haben natürlich jetzt auch allein dadurch, dass Herr Huber ja hier auf dem Podium mit saß oder in der Runde, uns sehr stark auf Kleider fokussiert. Für mich wäre noch mal wichtig, einfach die ganze Breite sich anzuschauen und auch die Tabelle, die eben erwähnt wurde in der Studie. Da gibt es ja ganz viele Beispiele. Und wir haben auch gemerkt, dass dieses ganze Thema Nutzen statt Besitzen eigentlich auch noch nicht forschungsmäßig wirklich durchdekliniert ist. Also wenn wir uns diesen ganzen B2B-Bereich anschauen, da reden wir wirklich über riesige Mengen, die auch bewegt werden. Da ist Chemikalienleasing nur ein ganz kleines Stückchen dabei. Sie haben noch das Thema gereinigte Oberfläche in der Galvanikindustrie eingebracht. Es gibt riesige Bereiche, wo eigentlich überhaupt nicht klar ist, wieso macht man das nicht. Es ist aber vielleicht auch noch gar niemand auf die Idee gekommen. Das heißt, hier ist auch noch eine ganze Menge Innovationspotenzial vorhanden. Diese Idee einfach mal durchzudeklinieren und zu schauen, lassen sich andere Geschäftsformen, andere Geschäftsmodelle finden, wo ich die Dinge nicht nur effizient produziere, also weil auch das braucht es natürlich, aber sondern wo ich sie halt eben auch ganz geschickt über ein Geschäftsmodell, über ein Nutzungsmodell wirklich sinnvoll nutzen kann und so eigentlich, und das ist ja uns immer ganz wesentlich dabei, den gesamten Lebensweg eines Produktes, einer Dienstleistung betrachten. Also nicht nur Ausschnittsweise, nur Ausschnitte optimieren wirklich, sondern den ganzen Lebensweg betrachten und dann zu wirklich auch ökologisch, sozial sinnvollen Lösungen kommen. Und da ist sicherlich das Thema Kleiderkreisel eines, was man diskutieren kann, aber man muss auch sehen, dass es halt eines von vielen tausend Optionen ist, die möglich sind und ich denke, wir brauchen ein Mehr von solchen unterschiedlichen Optionen, die aber auch wirklich offen diskutiert und bewertet werden müssen, und ob die denn auch tatsächlich mehr Sinn machen, als tatsächlich das Besitzen an sich. Und wenn wir da so ein bisschen so einen Anstoß heute Abend gegeben haben, nochmal nachzudenken und vielleicht auch ein bisschen anders durch sozusagen mit den eigenen Kaufentscheidungen umzugehen, würde mich sehr freuen. Vielen Dank. Vielleicht, Herr Timke, würde denn so eine Dachmarke Sinn machen, also dass man sozusagen mehrere Nutzen statt Besitzen Angebote, die Internet-basiert sind, unter eben einer gut bewerteten Dachmarke vereinigen kann, also dass das wirklich eine Marke ist. Ja, dazu müsste man Bewertungsmaßstäbe haben an dieser Stelle. Und ich glaube, die sollten wir auch entwickeln. Das ist auch etwas, was man jetzt im Anschluss hieran auch machen kann, sich um gewisse Bewertungsmaßstäbe zu kümmern, auch sich um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu kümmern und sich natürlich schon auch einen gemeinschaftlichen Image-Transfer zu überlegen, wie man das einfach auch schick und attraktiv machen kann. Und ich habe gesagt, für uns geht es ja jetzt auch nicht darum, das Thema als große Umweltorganisation, um uns das Thema Ökologie immer nach vorne zu stellen. Wir wissen ganz genau, dass das Thema immer wichtiger wird. Die Unternehmen diskutieren heute alle schon, weil sie große Rohstoffprobleme haben und die Rohstoffe immer teurer werden. Der Transport ist noch zu billig. Also dieser Container aus China hierher, der kostet einfach schlichtweg nichts. Wenn dieser Container das x-fache kosten würde, ich will jetzt keinen Preis nennen, dann wären viele dieser Geschäftsmodelle gar nicht mehr so attraktiv und würden gar nicht mehr funktionieren. Aber in der mittleren Sicht kann man jetzt schon sagen, wenn wir aus dem fossilen Zeitalter aussteigen, und das müssen wir, wir kein Öl mehr haben, werden wir alles auf nachwachsende Produkte, also auch auf nachwachsende Rohstoffe setzen müssen. Die muss man anbauen, irgendwo auf diesem Globus oder muss man irgendwo entnehmen. Und das wird am Ende ja in eine Kreislaufwirtschaft, kann nur in einer Kreislaufwirtschaft enden, die aber auf begrenzten Flächen stattfindet. Und daraus folgert sich, dass es am Ende zu solchen Modellen kommen wird, die wir hier diskutiert haben, wo tatsächlich die Qualität wieder im Vordergrund steht, wo eine Kaskade der Nutzung im Vordergrund steht und nicht das schnelle Verbrauchen und wegschmeißen, und wo jeder Rohstoff am Ende immer wieder zurückgenutzt werden muss, wenn man überhaupt erfolgreich mit diesen Menschen, wir haben ja nun 9 Milliarden demnächst, wenn man das überhaupt hinbekommen will. Und ich glaube, da spielen diese Gedanken aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wenn man da Trendsetter ist, und das versuchen wir hier, das ist ja hier so ein Trendsetter, andere Modelle, auch die hier jetzt, die ganz regional gemacht worden sind vor Ort. Ich meine, wenn das schick ist, dass man sich dann dort trifft und da, wie haben wir gesagt, was hat der Herr gesagt, die machen eine Ressourcenparty, dann ist das doch eine tolle Geschichte. Wenn man dann auch noch schick ist, dass man die alten Sachen alle wieder nutzt und das auch gar nicht als Mangel empfindet, sondern einfach, Mensch, wir haben das in unserem Viertel zustande gebracht, auch mit wenig Geld, eine tolle Geschichte auf die Reihe, dann ist das doch ein total anderes Bild, dann ist es eine positive Botschaft. Und ich glaube, darum geht es, das auch mit diesen zu verbinden. Aber ich sage schon, es muss auch Bewertungskriterien geben, an denen wir auch arbeiten müssen, damit man solch eine Idee auch nicht diskreditiert. Denn das kann natürlich auch sein, wenn die Folgen dann schlimmer sind, ökologische Folgen, soziale Folgen, dann schadet man ja auch einer Idee. Deswegen müssen wir schon an gewissen Bewertungsrahmen, an steuerlichen Rahmen, an rechtlichen Rahmen arbeiten. Herr Huber, als Trendsetter, was für Anreizsysteme bräuchten denn solche Nutzen statt besitzen, Angebote, wie Sie es sind, um vielleicht den mutigen Schritt, den Sie hier schon gewagt haben, auch zu wagen? Also ich kann jetzt von unserer Geschichte sagen, dass wir eigentlich keine großen Anreizsysteme brauchen, wenn das Geschäftsmodell stimmt. Also ich bin generell skeptisch irgendwie, was Lobbyarbeit, was Sie gesagt hatten. Also Secondhand hat keine Lobby jetzt in Deutschland. Das ist zum einen von Industrieseite natürlich, ist kein Interesse da, solche Modelle zu fördern. Aber ich denke auch, dass es von politischer Seite ziemlich schwierig ist, Unterstützung für diesen Bereich zu finden, weil natürlich, was wir im Endeffekt erzeugen mit kollaborativen Konsum, sind lauter Mikroökonomien. Das heißt, Privatverkauf zu Privatverkauf. Was fehlt beim Privatverkauf? Die Mehrwertsteuer. Also wenn ich bei Zalando etwas kaufe, fallen immer noch 19% Mehrwertsteuer an. Wenn ich auf Kleiderkreisen mein T-Shirt tausche, eben nicht. Und das wird ein bisschen schwierig werden. Was jetzt als Schlusswort gerne noch als Anregung geben würde, wäre eine Anregung für eine neue Studie, weil die letzten drei Redner, die wir jetzt hier an der Seite hatten, haben ein Thema angesprochen, das wir jetzt in der Studie eigentlich gar nicht drin haben. Und das sind die sozialen Auswirkungen des kollaborativen Konsums. Also wir sehen auf Kleiderkreisel, das ist ein super spannendes Thema. Zum einen, weil wir den Konsum an sich natürlich umkrempeln. Jeder wird plötzlich nicht mehr nur Konsument sein, sondern wird auch Verkäufer, wird eigener Unternehmer im Mikroökonomiebereich. Wie wirkt sich sowas auf unsere Wirtschaft aus? Wie wirkt sich sowas auf arbeitspolitische Themen aus? Wenn Leute plötzlich einen Teil ihres Einkommens mit diesen Mikroökonomien bestreiten können? Und dann ist es natürlich auch sozial interessant, weil Leute einfach durch diese Mikroökonomien wieder miteinander in Kontakt kommen können. Also ich lerne meinen Nachbarn normalerweise nicht kennen, außer ich brauche irgendwas Dringendes von ihm. Und wenn ich aber jetzt sehen kann, okay, er hat die tolle Bohrmaschine, die ich jetzt gerade brauchen könnte, dann habe ich auch einen Grund, bei ihm zu klingeln. Und das bringt Leute auch auf gewisse Weise wieder zusammen. Genauso wie es der Garten auf dem Tempelhof bringen kann. Ja, vielen Dank. Herr Gamke, was können Sie uns denn vielleicht noch von diesen leichten Forderungen an die Politik, die hier so durchgeklungen sind, versprechen? Oder was können Sie nicht versprechen, aber was würden Sie auch mit anregen wollen? Naja, ich habe was ganz Konkretes mitgenommen. In der Tat hatte ich das bisher nicht auf dem Schirm. Das ist die Frage wirklich, ob die steuerliche Situation heute wirklich immer auf das neue Produkt und auf den Verbrauch des neuen Produktes abgestellt ist. Und da muss man mal drüber nachdenken, wie man das sozusagen machen kann. Aber um diesen Bereich zu fördern, ich wäre übrigens nicht da so, hätte nicht die Bedenken jetzt der Umsatzsteuer wegen. Die Frage ist natürlich, der Staat braucht Geld. Wir haben strukturelle Defizite, müssen eher gucken, dass wir diese stopfen und die Frage, wie man das macht. Aber da könnte man zum Beispiel, und das wollen wir ja, die Finanztransaktionen eher besteuern, vielleicht als eine Tauschbörse. Und da glaube ich, habe ich große Zustimmung. Aber ich denke also, dass Politik eines tun muss, und das ist vielleicht, da bin ich ein bisschen Spielverderber hier. Ich glaube, dass wir das, was hier an letztendlich auch ökonomischer Konsequenz sichtbar wird. Dass nämlich im Nutzen statt Besitzen auch ökonomische Vorteile, das haben wir ja gesagt, Langlebigkeit, aber dann bessere Nutzung, führt insgesamt letztendlich zu einem ökonomischen Nutzen. Nicht nur ökologischen, sondern ökonomischen Nutzen. Und wir werden ihn brauchen. Wenn man, wie ich, aus dem Landkreis Landshut kommt, wo 200.000 Schweine leben, aber 120.000 Menschen, wir werden nicht mehr so viele Schweine dort haben wollen, weil wir uns zum Beispiel darum bemühen, dass diese Schweine genügend Auslauf haben. Und das ist teuer. Und das wird bedeuten, dass Schweinefleisch teurer wird. Jetzt können wir sagen, da essen wir alle ein bisschen weniger, aber es wird möglicherweise auch in der Tat so sein, dass wir in Deutschland mehr Geld ausgeben wollen, müssen, für unsere Ernährung. Wir wissen, dass wir in Deutschland relativ wenig da im Vergleich ausgeben. Das heißt also, den Nutzen, den wir erzeugen, den ökonomischen Nutzen, ich glaube, dass wir ihn auch brauchen, um uns dann so zu verhalten und solchen Lebensstil zu entwickeln, dass wir eben nicht mehr wie heute zu Lasten, nicht nur der Umwelt, sondern möglicherweise auch des Tieres leben. Ich will aber doch noch mal eine Sache, die ich auch mitnehme, ganz wichtig, glaube ich, das ist jetzt zweimal rausgekommen, aber ich glaube, dass was ich heute Abend gelernt habe, dass wir uns noch mal als Politik darum kümmern müssen, die sozialen Effekte wirklich noch mal zu betonen. Das heißt also, in einer Gesellschaft, die sich eher auseinander entwickelt, jetzt diese Klammerfunktion, die die gemeinsame Nutzung haben kann und das kann man als Politik auch organisieren, indem man zum Beispiel im Kiez Räumlichkeiten zur Verfügung stellt oder dass man, wie gesagt, fördert, dass eine Genossenschaft gegründet wird oder dass man, was auch immer, gesellschaftsrechtlich notwendig ist, um solche Gemeinsamkeiten zu nutzen und ich glaube, da kann Politik durchaus noch was machen, also da habe ich einiges mitgenommen und insofern war das auch für mich, obwohl ich auf dem Podium geredet habe, ein sehr wertvoller Abend. Vielen Dank. Ich hoffe für Sie auch. Für mich war das auch ein sehr wertvoller Abend und ich würde abschließen mit einem Zitat von Rachel Boatsman, eigentlich eine der Vorreiterinnen, also die britische Unternehmerin, die zusammen mit Roe Rogers das Buch geschrieben hat What's Mine is Yours, sagt, Vertrauen ist die neue Währung und Vertrauen heißt ja auch Gemeinschaft bilden und da fände ich es sehr schön, wenn es mehr Gemeinschaftsräume zum Tauschen und zum gemeinsamen ins Internet gehen, um im Kleiderkreise vielleicht das tolle Vintage-Kleid aus den 50er Jahren, das schöne Tanzkleid von der Dame, die auf dem Podium war, zum Beispiel zu erstehen. Vielen Dank, dass Sie so schön mitgemacht haben. Die Studie liegt ja draußen aus und nehmen Sie gerne das noch für Freunde mit. und drəun刀 Das war's. Und da war's. Die Studie liegt ja auch. Abkast WDE.